Hallo und herzlich Willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne, der Matthias und ich bin der René. Tag, wir nähern uns ja langsam mit großen Schritten unserer hundertsten Folge, aber davor haben sich einige Fragen noch aufgetürmt, deshalb gibt es dieses Mal eine Fragefolge, wo wir also die Fragen, die uns von euch Zuhörern gestellt wurden, nochmal ein bisschen abarbeiten werden und die uns mal offenlegen werden. Matthias macht das ja ganz clever mit den Fragen, der bastelt die ja immer in sein Gewinnspiel rein. Richtig, yeah. Ja, das hilft uns immer so ein bisschen, da wissen wir auch so ein bisschen, was bei euch so tickt, also wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmt, da gibt es immer irgendwie ein Feld, welche Frage habt ihr an euch, die landen dann halt bei uns und dann basteln wir jetzt daraus die Frage, aber wir sehen halt auch, was euch beschäftigt und so und ja. Also wenn euch Fragen spontan kommen, so wie manchmal dem Herrn Wagner, dann dürft ihr die auch sofort einfach rüberschicken, ob das jetzt per E-Mail ist oder per Twitter oder per Facebook, das stört überhaupt nicht, dann nehmen wir das auch entsprechend in unsere Liste auf. Genau, und da hat sich wieder einiges angesammelt und da werden wir jetzt versuchen, einen kleinen Teil wieder abzuarbeiten, dass ihr wieder uns neue Fragen schickt. Ja, ich glaube aber auch nicht alle. Nein, also das sind für die nächsten Folgen auch genug, aber immer gerne neue Fragen schicken. Wir versuchen ja auch so als Frage der Woche ja zwischendurch einzubauen, aber fangen wir erst mal mit unserer Spielevorstellung an, lieber Arne. Ja, ja, Matthias hat es in unserem Vorgespräch gesagt, ja, du stellst jetzt ein Arne-Spiel vor, also ich, also ich stelle jetzt ein Arne-Spiel vor, ich möchte über... Terraforming Mars. Durfte ich ja nicht. Ich habe jetzt Terraforming Mars gespielt und vielleicht habe ich auch schon einmal Great Western Trail gespielt, wenn diese Folge online ist, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Aber ich möchte heute noch über eher was Einfacheres reden, was Richtung Familienspiel geht, mit einem ganz tollen haptischen Element, nämlich über das Spiel Spaghetti. Spaghetti mögen ja alle, oder? Du sollst doch nicht mit deinem Essen spielen, Arne. Kartoffeln sind rund, Spinat ist gesund, Grießbrei ist Pflicht, Spaghetti aber mein Leibgericht. Ja, so wie, also, Spaghetti ist ein, wie nenne ich, ach, jetzt muss ich mir wieder einen Satz ausdenken. Mikado mit Schnürsenkeln, bezeichne ich es jetzt einfach mal. Spaghetti ist so ein Spiel, also Geschicklichkeitsspiel, in dem es darum geht, Spaghetti, gekochte Spaghetti, in Klammern, Schnürsenkel, von einem Teller zu ziehen und dafür Punkte zu bekommen. Also, diese Spaghetti, das sind so, ich weiß nicht, es gab mal dieses Spiel String Railway, da gab es auch so Spaghetti, die wollte ich gerade sagen, Schnürsenkel, mit denen man irgendwas macht und hier ist es auch so, es gibt 27 verschiedene, nicht verschiedene, 27 Schnürsenkel, es sind glaube ich wirklich Schnürsenkel, also die sind am Ende auch so zusammengeknibbelt. Vier verschiedene Farben mit unterschiedlichen Längen, das sind halt so diese Schnürsenkel, die nimmt man am Anfang, knüttelt die so gut wie möglich zusammen, dass sie einen schönen Ball ergeben, also schön zusammen, man, wie nenne ich das denn mal, man beiweigt die zusammen, weigen, gibt es glaube ich als Wort, ne? Bitte? Was? Ich finde das schön, mit welchen Wörtern du dir da gerade so zusammenreimst, das ist so, das könnte ich sein. Man knüttelt es zusammen, würde ich jetzt so als Norddeutscher hier sagen. Knütteln kenne ich, ja. René, kennst du auch Knütteln? Natürlich kenne ich Knütteln. Okay, man knüttelt die zusammen und legt diesen Knuddel, diesen Blob denn auf einen Spaghetti-Teller, das ist halt am Anfang eine große Pappscheibe und dann legt man dort noch natürlich, Spaghetti brauchen auch Meatballs, Fleischklöße oder Klopse und legt die, das sind so braune Tischtennisbälle, legt die in diesen Haufen drauf und dann kann man das Spiel starten und dann geht es nämlich los, es gibt eine Sanduhr und wer dran ist, jemand am Tisch dreht die um und dann muss man versuchen, aus diesen Knütteln, Knütteln, aus diesen Spaghetti-Wust, Spaghetti rausziehen, Der Witz ist jetzt, dass man nicht kleckern darf natürlich beim Spaghetti-Essen. Man kleckert, wenn ein Spaghetti oder eine Spaghetti, wir sind ja Singular von Spaghetti, eine Nudel, Spaghetti, Spaghetto, Spagetta? Ich werde das gleich nochmal nachholen. Also wenn eine Nudel den Tisch berührt, hat man gekleckert und dann ist schlecht. Wenn ein Klopse den Tisch vom Teller rollt, ist auch schlecht, dann ist die Runde für einen beendet oder halt wenn die Uhr abgelaufen ist und dann macht man das halt so lange, bis halt die Uhr abläuft, dann guckt man, wie viel man hat und dann ist der Nächste dran. Am Ende des Spiels gibt es jetzt Punkte für die Spaghetti, die man aus diesem Haufen gezogen hat. Die gelben, die sind ein Punkt wert, die orangefarbenen, also die sind halt, es gibt halt schwarze, die sind halt mehr Punkte wert, die sind aber auch länger, das heißt, die sind schwerer rauszuziehen. Also die haben auch noch unterschiedliche Längen und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Achso, die Klopse kriegt man, die Klopse sind auch ein Punkt. Einen Klops darf man sich nehmen, wenn der Klops auf dem Teller liegt und keine andere Nudel berührt. Ja, habt ihr das jetzt soweit verstanden? Man zieht einfach diese Nudeln aus diesem Haufen raus und nichts darf vom Teller fallen. Man kann sich das dann ganz ein bisschen noch ein bisschen schwerer machen, indem man einen kleineren Teller benutzt, der da noch beiliegt. Es gibt nämlich zwei verschiedene Tellergrößen und es gibt auch noch eine Variante, in der man Kochrezepte erfüllen möchte. Also man hat halt Aufgaben, dafür gibt es dann auch noch extra Punkte. Das ist ein super witziges Spiel. Natürlich ist da kein Tiefgang drin oder so, aber allein diese Aufmachung, dass man diesen Nudelwust dann auf den Teller knallt und das ist halt super toll mit Kindern. Oder halt für Erwachsene, die schon viel eingetrunken haben. Immer diese Anspielung auf Alkohol bei den Spielen. Ja, verdammt. Nein, also es ist schöne Aufmachung, tolles Thema, was halt irgendwie auch jeden gleich so in den Band zieht. Aber es ist jetzt halt kein Terraforming Mars. Das ist viel Glück. Wir hatten Spaß dabei. Also vor allem die kleine, schrägstrich große. Also und der Große auch. Also ich. Ja. Noch Fragen? Eckdaten? Eckdaten, genau. Deswegen nehme ich mir gerade die Schachtel in die Hand. Das Spiel als Spaghetti ist herausgekommen bei Grana. Ist es, glaube ich, entwickelt worden? Also Grana, das sind Polen, ne? Ja. Das ist ein polnischer Verlag. In Deutschland kriegt man das bei Huch in France demnächst nur noch Huch, oder wie war das? Inzwischen nur noch Huch, ja. Also nur noch Huch, dann muss ich das Friends auf der Schachtel jetzt wegstreichen. Das Friends bitte wegstreichen und auch wissen, woher Huch kommt. Wenn mir was runterfällt, dann sage ich auch immer Huch. Wenn mir eine Nudel vom Teller geräumt ist. Das ist interessant, weil, und da habe ich ja neulich in der Folge gesagt, also das Hu steht für Hutter, dem ja Huch gehört, mit seinem Vertrieb Hutter Trade. Und das H gehört zu Zoch, als Zoch noch mit Hutter ganz viel zusammengearbeitet hat. Inzwischen gehört ja Zoch dem Noris und hat mit Hutter nichts mehr zu tun, aber der Name heißt weiterhin Huch. Matthias, das verwirrt mich alles. Dann ignoriere es, weil es unwichtiges Wissen war. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen was an und erkläre Sachen, weil du immer sagst, so Sachen erklären. Ja, jetzt wird es gleich nochmal mit dem Auto, wird es jetzt nochmal ein bisschen schwieriger, glaube ich. Das ist Michael Gulepijowski, aber unter dem Esenstrich so ein Haken. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich auch nicht. Ist wahrscheinlich polnisch. Aber wir hatten Spaß. Sehr schön. Dann komme ich mal zu meinem Spiel. Und zwar, um den Spannungsbogen aufzubauen, ein Spiel von Cool Mini or Not, oder wie es jetzt gemeinten heißt, Simon. Aber es kommt ohne die Minis aus. Und zwar möchte ich über das Spiel Sherlock reden. Also die Analogie zu Sherlock sollte klar sein. Aber es geht hauptsächlich um das Wort Look. Denn bei Sherlock versuchen wir, einen Tatort, der in Unordnung gekommen ist, wieder in Ordnung zu bringen oder die Fehler zu finden. Denn die Polizei oder ein Mord ist geschehen und die Polizei hat Bilder vom Tatort gemacht. Man war sich aber nicht ganz sicher, ob das alles so richtig ist, hat ein zweites Bild vom Tatort gemacht. Und die Bilder unterscheiden sich auf einmal. Und man hat hier quasi die klassischen Fehlersuchbilder, nach dem Motto, wie so Zeitschriften früher, oben, unten im Bild sind fünf Fehler versteckt. Weiß ich nicht, da fehlt eine Tür, da ist ein Hirsch auf dem Bild oder der hat kein Geweih oder sowas. Und das hat man jetzt das Spiel umgesetzt. Und zwar gibt es so Tatortkarten oder Kartortfotos, natürlich schön illustrierte Karten, auf denen dieser klassische Kreidestrich an der Leiche zu sehen ist. Und drumherum befindet sich eine Unmenge an Gegenständen. Sei es eine Tabakpfeife, ein Schlüssel, ein Feuerzeug, eine Billiardkugel, ein paar Spinnen, mit Spinnenwebeln raufen auch rum, ein paar Spielkarten, eine Pistole, ein Messer, Autoschlüssel und hast du nicht gesehen. Die verteilen sich alle um diesen Leichenstrich drumherum. Jetzt wird eine zweite Karte daneben aufgedeckt, die fast identisch aussieht zu dieser. Nur an manchen Stellen fehlt vielleicht ein Gegenstand oder ist es einer mehr oder der Gegenstand hat einfach nur eine andere Farbe. Und man versucht jetzt unter Zeitdruck, also so schnell es geht, diese Fehler zu zählen. Dabei spielt es keine Rolle, auf welchem Bild etwas nicht stimmt. Man muss alle Fehler finden, also die Unterschiede zwischen den beiden Karten. Und sobald man meint, man hat die richtige Lösung, greift man sich eine Zahl, also um die Karten herum, stehen wie diese Beweismarke, die man auf den Bildern immer sieht. So hier die 1, die 2, die 3, die 4. Davon gibt es 10 Stück. Und dann greift man sich ein davon mit der Zahl, wo man meint, man hat richtig gezählt. Die anderen dürfen jetzt so lange weitergucken. Nur der letzte muss innerhalb von 3 Sekunden dann seinen Tipp abgegeben haben. Aber natürlich gibt es jede Zahl nur einmal, also man muss sich entscheiden, ob man höher oder niedriger dann nimmt. Dann wird geguckt, wer richtig hat, also dafür dreht man die Karten um und daraus ist angezeigt, was jetzt verändert wurde. Und dann kriegt der, der gewonnen hat, 3 Punkte, der am nächsten dran ist, 2 und so weiter. Und dann geht es auch schon in die nächste Runde. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Wir decken doch zwei zufällige Karten auf. Genau. Woher weiß denn das Spiel dann, wo die Unterschiede sind? Das ist alles festgelegt. Also es gibt quasi eine Basiskarte, wo keine Veränderungen drauf sind. Ja. Die hat halt null Änderungen. Und auf den Rückseiten der Karten ist immer angegeben, zu der Basiskarte gibt es hier eine Veränderung. Okay. Und es liegt normalerweise immer eine Billardkugel irgendwo. So. Jetzt ist es bei dem einen Bild die Billardkugel und bei dem anderen ist es eine Bombe. Auch was Schwarzes, Rundes. Jetzt kann es natürlich auch theoretisch sein, dass es einmal ist, dass wo die Billardkugel normalerweise liegt, nichts liegt und bei dem anderen liegt eine Bombe. Trotzdem ist es natürlich ein Unterschied zwischen den beiden Bildern. So kannst du also immer gut erkennen, wo die Fehler zu finden sind. Das klappt also hervorragend. Und da muss man jetzt nicht nochmal irgendwie krampfhaft nachzählen? Nee. Du drehst um und auf der Rückseite sind dieselben Bilder nochmal und da ist jeder Fehler eingekringelt quasi. Ach so. Dass du sehen kannst, ach hier sind drei Fehler, da sind drei Fehler, insgesamt sechs. Ja, aber wenn jetzt ein Fehler bei beiden an derselben Stelle ist, dann darf es ja nicht zusammenaddieren. Dann wäre das zum Beispiel, weißt du, wenn statt der Billardkugel bei dem einen nichts und bei dem anderen Dings ist und du hast dabei keine Billardkugel, dann müsstest du ja die Summe nur fünf haben, weil du den ja nicht doppelt zählen darfst. Genau. Das wäre auch nicht. In diesem Fall wäre das so. Okay, da muss man also noch zusätzlich aufpassen. Ja, aber wie gesagt, da musst du schon, ich glaube, da sind, glaube ich, 80 Karten dabei. Und dass dieser Fall eintritt, ist eher so sehr, eher selten. Okay. Also bei den Runden, wo wir jetzt gespielt haben, ist das zum Beispiel nie vorgekommen. Ah, okay. Aber es war eher, das ist aber auch, glaube ich, bei dem Spiel kein Thema. Das ist ein Spiel, was du in zehn Minuten gespielt hast. Das ist ein klassischer Aufmerber, was in Schwierigkeit aber noch gerade erhöht ist. Als erstes, also als das Spiel gezeigt wurde, legst du die Karten quasi parallel zueinander hin, sodass sie dieselbe Ausrichtung haben. Wenn du aber jetzt eins der Bilder um 180 Grad drehst, sodass quasi der Kopf des einen bei den Füßen des anderen liegt, wird das Ganze auf einmal, musst du über Kreuz gucken, um die Fehler zu finden. Solange es parallel nie beieinander liegt, kannst du super das abscannen und sagen, Fehler, nicht, kein Fehler, Fehler, kein Fehler, Fehler, kein Fehler. Wenn die aber jetzt auf einmal gedreht sind, hast du kaum, also musst du dich unglaublich konzentrieren. Das ist unglaublich anstrengend zu gucken, habe ich das, war ich da, wo ist denn das da, hier, da. Und das erhöht nochmal den Schwierigkeitsgrad enorm. Das, ja, das war dieses Spiel, das hat uns viel Spaß gemacht. Ich mag sowieso diese klassischen Bildersuchrätsel einfach. Ich gucke auch immer mal in den Heften meiner Tochter, wenn die dann irgendwelche Bilderrätsel hat. Und dann bin ich meistens aber so doof, dass ich sie nicht finde und bin froh, dass hinten eine Lösung drin ist, wo drin steht, oh, da beim Einhorn fehlt das Horn von oben drauf. Das war nur wert. Und, ja, wie gesagt, da gibt's, das ist schnell erklärt. Und, ja, jeder kennt dieses Prinzip mit den Fehlersuchen, du legst die Karten hin, es wird hektisch, weil halt der Erste, der eine Zahl greift, bringt die anderen automatisch dazu, selber mitzugreifen. Also, äh, 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 dann nehme ich halt irgendeine Zahl, auch wenn diese vielleicht gar nicht richtig ist. Aber manchmal ergibt sich das auch so, ja, war doch richtig, weil der andere hat sich vertan. Der hat eins zu wenig gezählt, du hast eins höher genommen und damit hast du recht. Das kann also durchaus mal passieren. Also, das macht dann schon echt Laune an der Stelle. Bis wie viele Spieler geht das? Äh, zu sechst. Aber in der Theorie, kann man das auch zu zehn spielen? Ja. Wird halt mit dem Gucken eng, ne? Du musst die Leute ja alle um den Tisch rumkriegen. X-L-Tession. Äh, wie groß sind die Karten? Die sind, äh, doppelte Love-Letter-Größe, würde ich jetzt so schätzen. Hm, okay. Also, Love-Letter ist ja nicht so klein, die sind ja wie, acht mal zwölf Zentimeter. Wenn du sagst jetzt doppelte, das ist ja schon, äh, sechs. Ja, A6 könnte ungefähr hinpassen. Vielleicht ein bisschen schmal, aber so. Nein, dass mehr als sechs Leute sich eher den Kopf einschlagen. Ja. Also, ich packe jetzt die Love-Letter-Big-Bockets aus und messe die Karten nach. Acht mal zwölf. Wir hätten noch neulich über die Kartengrößen gesprochen, oder? Genau. Ja, ach, ähm, wie gesagt, äh, ein super toller, äh, Aufwärmer oder Absacker, so, für so zwischendurch. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall auch mal mit meiner Tochter spielen. Gucken, äh, die müsste da auch Spaß dran haben. Nee, aber wie erklärst du dir denn die, die, die Kreidezeichnung in der Mitte? Das ist ihr doch vollkommen egal. Ja, aber auch. Da wird Kreide-Mann auf dem Boden gemalt. Da zeigte er vorher so, so von diesem Strichmännchen da, da gab's ja in meiner Jugend gab's ja dieses, dieses, dieses... Also, das ist, das glaube ich auch nicht, dass das ein Problem ist. La Ligna heißt das. La Ligna, genau, ja. Aber, also, ganz ehrlich, also das Spiel schreit ja nach, dass man es eigentlich in einer Version kauft mit richtig großen Karten. Also A4-Größe oder so. Ja, wär auch ne Option. Kannst ja die Karten einscannen und auf Postergröße aufziehen. Na, das wird aber bei gefühlt 80 Karten teuer. Ja, das denke ich mir auch. Ob's mir das Spiel dann wert wäre, ich weiß nicht. Es ist nett und es macht auch Spaß, aber dann so viel Geld zu investieren... Auf jeden Fall macht's mich neugierig, weil ich hab auch neulich mit meinem Sohn, hat der auch so ein paar Zettel angebracht oder so, hat er irgendwie im Hort oder so eingesammelt, wo er auch immer nur zwei Bilder vergleichen musste. Da waren welche dabei, die waren relativ einfach, da hat er drauf geguckt, hat er ganz schnell zehn Stück gefunden. Und dann hat der andere, hier gibt's keine Fehler nicht. So, bist du sicher? Haben wir geguckt und dann haben wir zwei gefunden und dann kam eine Frau dazu und nach, ich glaube, einer Stunde oder sowas hatten wir dann die zehn Fehler, die drin sind, auch alle gefunden. Also, das kann auch tatsächlich entsprechend schwer sein, aber wir hatten da gemeinsam irgendwie Freude dran. Deswegen hätt ich jetzt auch total Bock, dieses Spiel zu spielen. So schwer wird's jetzt hierbei nicht, dass du eine Stunde brauchst, um alle Fehler zu finden. Aber so in Hektik wird es doch schon recht anstrengend. Ja, und das ist schon wieder so das Ding, wo ich mir denke, Hektik, da hab ich wieder keinen Mitspieler für. Aber es macht mich an. Na du, ihr könnt's ja auch alle langsam spielen. Na, ihr könnt ja langsam zu den Karten greifen. Ja, das war Sherlock von Silvano Sorrentino. Es kommt in Deutsch bei Asmodee raus. Ansonsten geht die Lizenz an Simon und im Original vor allem Kaleidos Games. Das sind, glaube ich, Italiener, oder? Gut, das war das. Das war das. Darf jetzt der Matthias? Ja, dann hab ich hier, naja, wenn ihr schon so was Polnisches und Italienisches auf den Tisch setzt, dann pack ich mal auch was dazu. Und zwar was Französisches, und zwar Inisch. Ein etwas merkwürdiges Wort, das soll irgendwie so keltisch sein. Ich hab keinen Blassen, was es bedeutet. Ich glaube, irgendwas mit irgendwie König oder so, in der Richtung. Spiel ist mir schon früh aufgefallen, weil ganz viele Leute sagten, boah, geiles Cover. Und mein Gedanke war so, boah, ist das hässlich. Das hab ich aber auch gedacht. Es ist tatsächlich, also unterm Strich denke ich mir so, die Grafik fällt auf. Also die Illustration ist tatsächlich anders, was ja schon mal wirklich was Positives ist. Und dann holst du die Spielplatten raus, und dann, wenn die so aneinander liegen, denkst du dir so, boah, das ist ja noch eine Nummer hässlicher als das Titelcover. Aber eigentlich ist es das gar nichts. Also du hast halt einfach nur skurril geschnittene Geländeplättchen, die man beliebig zusammenlegen kann. Und jedes davon hat eigentlich eine sehr, sehr schöne Illustration. Aber dadurch, dass die in dieser skurrilen Form aneinandergelegt, wirkt das unschön, sag ich jetzt mal. Das tut aber nicht so wieder was Material. Ja, du hast recht, das ist aber das, womit man als erstes konfrontiert wird mit dem Cover. Und dann dem anderen Material, du hast recht. Aber genau, lass uns zum Spiel kommen, weil das ist nämlich ehrlich gesagt ziemlich cool. Es ist, auf der einen Seite ist das ein Mehrheiten-slash-Area-Control-Spiel. Es geht darum, dass die Spieler versuchen, sogenannte Einheiten aufs Spielfeld zu bringen und diese entsprechend zu verteilen, um mit ihren Clans irgendwelche Siegbedingungen zu erfüllen. Es gibt drei verschiedene Siegbedingungen. Die eine sagt, du bist der Anführer der großen Clans. Es gibt nämlich ein Startgebiet, wo das große Haupthaus drin ist. Und wenn du das kontrollierst, bist du der Anführer. Dann gibt's eins, da musst du in sechs verschiedenen Territorien, musst du mit deinen Clans präsent sein. Ähm, äh, äh, genau, dann war's, eins war noch mit Religion, genau. Du musst, ähm, in sechs, äh, du musst sechs verschiedene Tempelanlagen kontrollieren. Die müssen nicht auf sechs Gebiete verteilt sein, du kannst auch in einem Gebiet mehrere Tempel haben. Aber wenn du sechs Tempel kontrollierst, dann hast du die Religionsmehrheit. Ähm, es geht halt darum, dass es diese drei verschiedenen Siegbedingungen gibt. Ähm, und wenn du eine davon erfüllst, hast du das Spiel gewonnen. Es kann aber natürlich passieren, dass im, ähm, da das immer nur am Ende einer Runde geprüft wird, dass mehrere Spieler das am Ende einer Runde erfüllt haben. Dann gibt's noch so eine Art Tiebreaker-Geschichte. Ähm, wie läuft das jetzt eigentlich ab? Eigentlich ist es ein relativ simples Spiel. Wir haben 17 Karten, die werden einfach nur verdraftet. Ähm, eine wird davon zufällig aussortiert, der Rest wird dann verteilt. Wir draften mal rum, dann hat jeder ein paar Karten auf der Hand. Dann werden diese nacheinander abgespielt. Und die, äh, äh, Aktion darauf halt auch genutzt. Und, ähm, dann sind wir irgendwann fertig mit den Karten. Dann werden dieselben 17 Karten wieder zusammengenommen und, äh, wieder ausgespielt und, äh, also zwangsläuse getraftet und wieder genutzt. Es sind also ein relativ einfaches Draftspiel als, als, als Motor. Der aber davon lebt, dass es immer dieselben 17 Karten sind. Also gut, eine wird halt, wie gesagt, per Zufall aussortiert, wobei es natürlich auch Karten gibt, die auf diese eine Karte zugreifen können. Ähm, diese Karten geben einem die Möglichkeit, Figuren reinzusetzen oder sie zu bewegen oder entsprechende, ähm, Sachen auch vielleicht vom Mitspieler zu countern. Also zu sagen, nee, darfst du nicht, das verhindere ich. Und, ähm, das ist in der Theorie auch schon alles. Und das spielt sich deutlich einfacher, als man denken mag. Ähm, wenn ich jetzt also an dem Spiel irgendwas bemängeln wollen würde, dann wäre es das vermutlich, dass es lange dauert. Und, also, das ist, das ist so mein Gefühl, so, hm, ja, das dauert schon mal so zwei, drei Stunden. Aber das sind zwei, drei coole Stunden. Also, jetzt kann wahrscheinlich irgendjemand sagen, naja, wenn du alles kennst und so, dann geht's auch schneller und so. Aber meine Erfahrung ist, es geht eigentlich nur schneller, wenn irgendjemand einen dämlichen Fehler macht. Weil, solange man versucht, alle anderen davon abzuhalten, zu gewinnen, irgendwelche, diese Bedingungen zu erfüllen, das ist ein offenes Spiel. Bis auf das Draften ist alles offen. Und selbst beim Draften ist es, man merkt sich ja, welche Karten man weitergibt. Ähm, also, da ist dann schon tatsächlich, ähm, eigentlich alles, äh, berechenbar. Und dadurch kannst du schon sagen, okay, ich muss jetzt dieses machen, damit er diese Runde keine Bedingungen erfüllt. Und damit auch er vielleicht gerne erfüllt. Und der versucht das auch. Ähm, und dadurch zieht sich's ein bisschen länger. Aber das ist, das sind trotzdem spannende zwei, drei Stunden. Also, daran hatte ich irgendwie noch kein Problem. Ich hab mir ein Video dazu angeguckt bei, äh, hier, die Engländer Shut Up and Sit Down. Ja. Die haben halt gesagt, es ist halt so ein, so ein Haut-Drauf-Spiel, wo man sich nicht wirklich verstecken kann. Es geht gleich, erste Runde geht's gleich los. Stimmt das? Ähm, also, es ist, es ist gleich Konfrontation, es baut sich nicht erst groß auf, sondern man startet ja irgendwie auf zwei oder drei Feldern, glaube ich, am Anfang. Also, man ist, sitzt schon relativ eng aufeinander, oder? Also, das macht zum Beispiel unmöglich, in der ersten Runde schon, ähm, das Spiel zu beenden, weil, ähm, wie willst du denn sechs Territorien kontrollieren, wenn am Anfang nur drei oder vier da sind? Das ist richtig. Ähm, das ist, äh, ehrlich gesagt auch etwas, was ich sehr schätze. Also, ich hatte ja, ähm, schon ein paar Mal jetzt, äh, letzter Zeit hatten wir Löwenherz erwähnt, was, was, wo ich es besonders schätze, dass du ab der ersten Runde schon konfrontativ dabei bist und also dich um etwas rangeln musst. Und das ist bei Inisch nicht anders, das ist richtig. Ähm, ich persönlich empfinde das, also, man muss das tatsächlich mögen. Man muss sagen, okay, ich mag es, äh, mich um Sachen zu rangeln. Ich mag es, dieses Area-Control, ich mag es, dieses Draufhauen, ohne dass der andere wirklich Einheiten in dem Sinne verliert, sondern die werden ja eigentlich in dem Sinne nur, ähm, wieder weggeschubst, äh, auf andere Gebiete. Wo, äh, gut, ein paar gehen natürlich auch, aber. Ähm, es gibt, äh, extreme Take-Z-Karten, die, äh, einem, also wirklich, äh, Sachen irgendwie wegnehmen, die, äh, den Mitspielern irgendwie so fragen, dem Motto, ja, ich nehme hier was raus, dafür musst du da auch was rausnehmen. Und, ähm, das macht natürlich die Planung dann auch tatsächlich manchmal ein bisschen, ich sag jetzt mal fieser und man muss das mögen. Aber wenn man das mag, und damit sollte man jetzt tatsächlich die Leute ansprechen, die sagen, ich habe kein Problem mit einem Take-Z und mit einem, äh, aggressiven, äh, und konfrontativen Spiel, ähm, die werden da wirklich, wirklich richtig Freude dran haben. Ähm, spannend sind auch diese Gebiete, ich meine, es sind am Anfang, glaube ich, immer dieselben drei Gebiete, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber, ähm, es gibt einige Gebiete, die haben nochmal eine, ähm, also jede von diesen Gebietskarten, die kommen mit nur einer Special Ability. Und, ähm, der, der das Gebiet kontrolliert, hat diese Special Ability-Karte. Das soll heißen, je nachdem, welche Gebiete im Laufe des Spiels reinkommen, das sind zwar am Anfang dieselben, aber, ähm, da kommen, es gibt ja eine von diesen 17 Karten, erlaubt es einem dazu, dieses Territorium ins Spiel zu legen und dadurch wächst das Spielfeld. Ähm, und die kommen halt aber in zufälliger Reihenfolge. Also, da wird einfach geguckt, oh, was haben wir denn hier Schönes? Ähm, dadurch entsteht natürlich auch total spannendere andere Geschichten, so, oh, kann ich den Effekt nutzen? Ich will das Gebiet nur wegen dem Effekt haben, weil das Gebiet selber interessiert mich nicht, weil ich ja gar nicht versuche, sechs Gebiete zusammenzukriegen oder ähnliche Sachen. Ähm, da, da kommt tatsächlich ordentlich Abwechslung rein. Also, das, das, das macht dadurch immer wieder Fades, sage ich jetzt mal. Also, das Spielerrisiko, ja. Ähm, also, wenn du den Vergleich zu Risiko haben willst, der vielleicht gar nicht so schlecht ist, äh, das ist definitiv besser als Risiko. Ja, also, es wird auch manchmal so gesagt bei solchen Spielen, wo es so ein bisschen um, 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 um Gebietseroberung geht und, äh, Leute, dass das, äh, ja, das, man das gerne mit Risiko vergleicht und, äh, ja. Wobei an dieser Stelle ist es ja auch so zum Beispiel, ähm, eine der Siegbedingungen ist halt, wie gesagt, dass du, ähm, Clanfiguren von anderen Spielern kontrollierst. Also, wenn du, äh, in einem Gebiet, äh, drei Figuren drin hast und der andere nur zwei, dann kontrollierst du das Gebiet und du kontrollierst diese zwei Figuren von dem Mitspieler. Und wenn du sechs Figuren von Mitspielern kontrollierst, ist ja auch eine der Bedingungen. Und, äh, das ist zum Beispiel auch etwas, was dafür sorgt, dass man zum Teil nicht einfach nur auf die anderen draufhaut, sondern sagt, ja, komm ruhig rein, solange du weniger drin hast als ich, weil dann komme ich näher ran, das zu kontrollieren. Also, da ist auch so ein bisschen so Geben-Nehmen, während der andere sagt, ja, ja, das ist mir völlig egal, ob du mich kontrollierst, ich bin in dem Gebiet, das reicht mir. Ich muss ja nur präsent sein, um dieses Landding da zu erfüllen. Also, da ist tatsächlich auch so ein bisschen Geben-Nehmen, so, ah, ich muss mich jetzt selber schädigen, um den zu schädigen, damit der nicht gewinnt, bevor ich gewinne. Ja, es ist tatsächlich schwierig manchmal zu beschreiben, aber diese, diese Sachen, die da abgehen, und, äh, man muss sich mal bewusst sein, es sind wirklich nur diese 17 Karten, mit denen getraftet wird. Man, man, nach dem, während der ersten Partie kennt man schon alle 17 Effekte, man kann dann viel besser, also das erste sollte grundsätzlich eine Kennenlernpartie sein, aber man kann dann richtig gut einschätzen, so, was kann kommen, was sehe ich, was habe ich nicht gesehen, wovon muss ich ausgehen, dass es der linke oder rechte Nachbar hat, oder ich kann hoffen, dass es vielleicht irgendwie, äh, rausgenommen wurde am Anfang der Runde. Ähm, und wenn man mit weniger als vier Leuten spielt, dann ist ja nicht so, dass man mehr Karten kriegt, sondern dann wird genau gesagt, wenn ihr zu dritt spielt, dann nehmt folgende drei, äh, vier Karten raus. Wenn ihr zu zweit spielt, nehmt nochmal folgende drei Karten raus, damit immer noch jeder mit derselben Menge Karten spielt, ähm, aber bestimmte Effekte, die natürlich auch mehr Sinn machen, wenn man mit mehr Spielern ist, sind dann halt nicht dabei. Stört denn irgendwann diese, jetzt kommen wir, schließen wir nochmal den Bogen zu der Grafik, ne, stört die denn irgendwann, oder ist das dann irgendwann egal? Weil, ich hab, ich hatte das ja bei Terraforming Master, als ich das bekommen hatte, hab ich auch erstmal so, äh, was ist denn mit den Karten da los? Und dann irgendwie im Spiel hast du gar nicht mehr drüber nachgedacht. Nee, also bei Terraforming Master ist das tatsächlich, es tut dem Spiel keinen Abbruch, ganz im Gegenteil, das ist eher so die ausreichende Hintergrund, dass es beim Spielen auch nicht stört. Ähm, ich würde sagen, die Grafik selber stört beim Spielen kaum noch. Es ist ab und zu so, dass ich mir so denke, ein paar von den Gebieten sehen sich sehr ähnlich. Das ist tatsächlich so, dass ich mir dann so denke, äh, war das jetzt das oder das Gebiet? Sekunde mal, wer kriegt diese Karte? Da muss man manchmal genauer gucken, aber ich sag mal, das ist so eher so, ähm, Ausnahmen. Ähm, also die meisten Fällen ist das alles relativ eindeutig. Das Gebiet ist schön blau, das Gebiet ist schön grün, das Gebiet ist schön rot. Ähm, da sind auch knallige Farben dabei, ähm, wo man das schnell erkennt. Äh, manchmal kann man sich auch den Namen merken, das steht auch nochmal alles überall irgendwo drauf. Also, das ist jetzt nicht so, dass das komplett unmachbar ist und, ähm, also die Grafik stört wenig bis gar nicht und, äh, tritt beim Spielen ausreichend den Hintergrund, dass es nicht stört. Ich hab grad bei Boardgame-Geek ein Bild von einem Prototypen entdeckt, da waren das so drei zusammengesetzte Sechseckfelder. Ja. Ohne vieles. Das ist effektiv zusammengesetzte Sechseckfelder, nur dass die Sechseckfelder nochmal irgendwie so schöne Fjorde dran haben, sag ich jetzt mal. Fjorde. Die irischen Fjorde. Wer kennt sie nicht? Genau, die irischen Fjorde. Ja. Ich war tatsächlich auch ein bisschen neugierig drauf, aber du hast es mir ja weggenommen. Äh, du wolltest es nicht. Und ich will es, ich finde es cool. Ja, siehste, das ist auch meine Aussage. Genau. Also, das ist, wenn ich mehr Spieler hier zu Hause hätte, die auch wirklich regelmäßig sowas spielen würden, dann würde es mir wahrscheinlich noch besser gehen. Auf der anderen Seite, sie haben oft genug mit mir Blood Rage gespielt, Inish werden sie da auch noch ein paar Mal überleben. Und da freue ich mich auf Rising Sun. Aber das ist, das dauert noch ein Jahr. Das dauert noch ein bisschen. Genau. Inish von Christian Martinez mit Illustrationen von Dimitri Bialek und Jim Fitzpatrick. Wir mögen es Ihnen verzeihen. Erschienen bei Pegasus Spiele, beziehungsweise das Original ist von Matago. Fitzpatrick hört sich aber auch sehr irisch an, oder? Ja, muss ja auch, oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Dimitri Bialek hört sich aber nicht irisch an. Ja, vielleicht klären wir das gleich in einer Frage der Woche. Äh, nee, gar keine Frage der Woche, sondern die lassen wir heute mal ausfallen, glaube ich, oder? Ausnahmsweise würde ich auch dafür stimmen. Ja. Denn dann kommen wir jetzt einfach mal zu den Fragen, die gestellt wurden. In mehreren Wochen. In mehreren Wochen. Muss ich die jetzt alle vorlesen? Du darfst auf jeden Fall mal anfangen. Muss ich mir jetzt eine aussuchen? Du kannst einfach oben aus. Einfach eine aus. Ich habe ein paar markiert, die ich für vorlesenswert halte. Da darfst du einfach eine beliebige nehmen. Ach, ich hatte vorhin eine. Jetzt habe ich sie vergessen. Du darfst dir auch selber eine ausdenken, aber dann kommt sie nicht mehr in den Herrn. Ich kann mal einfach, wenn Sandy Moore was schreibt, dann geht's los hier. Ähm, äh, der Sebastian, äh, ich weiß nicht, Sebastian, das reicht. Äh, genau. Die Frage hat, hat uns eine Frage gestellt. Welche Spielezeitschriften lest ihr? Habt ihr abonniert oder könnt ihr welche empfehlen? Ähm, ich lese keine und bin mit der Frage dann beendet. Also, ich, ich, äh, lese eigentlich gar kein Print mehr. Das ist irgendwie ... Aber es gibt ja auch Spielezeitschriften, die sind nicht Print. Also, die gibt's ja auch online. Ich tue mir schon schwer bei manchen Blogs, die zu lesen. Aber da finde ich Zeitschrift der falsche Name, oder? Ja, das ist halt übrig geblieben. Also, da würde ich jetzt nicht so sehr darauf den Zusammenhang setzen, dass Zeitschrift gleich gedruckt sein muss. Aber sagen wir mal so, also, ich kann mich andere anschließen. Und ich glaube, was er eher meint, ist ein irgendeine Art redaktionell bearbeitetes Format. Lese ich Grund ... Also, grundsätzlich ist das falsche Wort. Lese ich eigentlich auch nicht. Also, Blogs und sowas, was von den Nicht-Profis gemacht wird eher. Aber jetzt so Sachen, die jetzt einmal im Monat oder einmal im Quartal erscheinen, das ist für mich auch uninteressant geworden irgendwie. Also, ich weiß ja, also, reden wir jetzt erstmal über die Spielbox, würde ich sagen. Das ist ja jetzt die große Zeitschrift in Deutschland, oder? Fangen wir mit der Spielbox an. Also, ich merke schon richtig, ich bin tatsächlich der, der von euch wahrscheinlich dann am meisten liest, weil da hört's auch nicht auf. Also, ich hab da doch noch ein ... Aber ... Ich weiß nicht, ich hab da irgendwie nicht mehr ... Also, ich hab die eine Zeit lang wirklich regelmäßig auch gelesen, aber ich hab da irgendwie diesen Bezug irgendwie verloren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sollte ich mir die mal wieder kaufen. Aber ... Aber warum? Also, ich glaube, die Spielbox, die brauchst du gar nicht. Also, wenn, dann eher doch die Spiel doch. Spiel doch mal. Nee, Spiel doch. Wie heißt sie denn? Boah, da gab's einen YouTube-Kanal, der so ähnlich ist. Gibt's auch immer noch. Grüße an Julia und Stefan. Ja. Also, die Spiel doch, finde ich, ist grandios. Ist tatsächlich momentan meine Lieblingszeitschrift, weil die tatsächlich eine ganz andere, lockere Schreibe drauf hat und auch bewusst auf ihre Zielgruppe hin, also, auf die, sag ich mal, Casual, die selten Spieler, die, die überhaupt sich nicht auskennen, weil sie bewusst diese auch ins Visier nimmt. Und also auch Zusammenhänge bringt und irgendwelche Berichte darüber von irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten über Sachen, die einfach schnell dargestellt sind, über Spielevorstellungen, die keine Note beinhalten, sondern einfach persönliche Meinungen von verschiedenen Leuten. Die macht vieles, vieles richtig, was ich mir echt wünsche, was ich mir jahrelang bei der Spielbox gewünscht habe, was da nie kam. Also, die Spiel doch ist für mich immer noch so eine Empfehlung, die ich auch wirklich auch den Spieleinteressierten immer grundsätzlich geben würde, weil sie tatsächlich nochmal einen anderen Blick auf Spiele wirft, was ich echt toll finde. Ich finde auch die Spielbox tatsächlich immer noch wichtig. Nicht nur, weil es die auflagenstärkste Spielezeitschrift ist, sondern auch, weil ich finde, da gibt es tatsächlich neben den ganzen, man sagt immer, das sind ja einfach nur lauter Rezensionen, Wer das mal durchzählt, wird feststellen, dass weniger als die Hälfte der Seiten mit Rezensionen gefüllt sind. Da sind irrsinnig viele Berichte drin, da sind Interviews drin, da sind Sachen, wo man sich auf die Mechaniken stürzt, auf die Themen, Oldies but Goldies. Da gibt es ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die diese Zeitschrift tatsächlich rund machen. Ja, ich habe mir jetzt mal die Spiel, Spiel doch heißt sie ja, angesehen. Oder ich habe mir mal den Inhalt, oder, ja, erst mal sagen sie, du sagst wahrscheinlich, die Hälfte davon ist Rezensionen, ja, gut. Nur das Ding ist halt, von den Spielen, die dort rezensiert werden, okay, die Zeitung ist jetzt von März, das ist jetzt die letzte Ausgabe gewesen, die Spiele, die da jetzt besprochen werden, klingt jetzt gemein, damit bin ich durch. King Domino liegt hier im Schrank, Fabelsaft liegt hier im Schrank. Da bin ich vielleicht jetzt auch nicht mehr so, der Ansprechpartner, da ich, oder für mich, ich fühle mich nicht angesprochen dadurch. Und die Berichte, ja, aber ich lese auch so zu Hause halt nichts. Also ich habe auch das Problem, dass gerade auch jetzt in den beiden Zeitschriften wenig dabei ist, was mich interessiert. Und dann muss ich ehrlich sagen, dann brauche ich das Geld nicht ausgeben, wenn da vielleicht ein Artikel ist, wo ich sage, oh, der könnte interessant sein für mich. Das ist so, glaube ich, mein Hauptproblem mit diesen Zeitungen. Ich glaube, diese Aktualität ist tatsächlich ein Problem. Warte mal kurz. Gesundheit. Danke. Also diese Aktualität ist natürlich etwas, was eine Spielezeitschrift nicht liefern kann. Umso wichtiger finde ich halt den Nicht-Rezensionsteil. Also die ganzen Berichte, die wirklich auch zum Teil immer wieder interessant sind, in welche Richtung die sich bewegen und so weiter. Ja, vielleicht sollte man denn noch einen Ansatz versuchen. Also dafür ist die Branche wahrscheinlich zu klein. Denn es gibt im Videospielbereich, gab es ja auch dieses Zeitungssterben, da halt Rezensionen von Spielen, Videospielen einfach nicht mehr gefragt sind, sind viele Zeitschriften eingegangen. Und es gab jetzt halt eine Gegenbewegung, die WASD. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Das ist halt, dort gibt es halt Berichte oder Anekdoten oder Novellen. Und das wird dann in Buchform veröffentlicht. Wo es dann halt nur, und das alle, ich weiß nicht, alle halbe Jahrfied, glaube ich, oder sowas. Ungefähr. Ich wollte mir da immer mal eine besorgen, weil mich dieser Ansatz dann tatsächlich schon wieder reizt. Also mit Hintergrundberichten, aber halt so Geschichten drumherum. Und die Rezensionen hole ich mir woanders. Die hole ich mir im Internet. Also ich habe eine WASD halt tatsächlich hier zu Hause rumliegen, weil ich mir die mal besorgt habe, weil mich das auch mal interessiert hat. Und ich muss sagen, die ist total spannend gemacht. Ich habe nur festgestellt, dass ich tatsächlich mit dem Computerspielbereich wenig anfangen kann. Deswegen war das tatsächlich für mich auch nur halb interessant. Aber wenn sowas für Brettspiele geben würde, fände ich das super cool. Und die muss auch nicht so dick sein. Also das muss ja kein, das weiß ich nicht, das Ding hat gefühlt 200 Seiten oder so. Klar, es erscheint nur zweimal im Jahr, aber selbst wenn es zweimal im Jahr erscheint, würden mir auch 70 Seiten reichen, wenn es mit spannenden Artikeln gefüllt ist, sage ich mal. Ja, aber die WASD hat zum Beispiel auch schon, die kämpfen halt auch ums Überleben. Und ich weiß nicht, welcher Gast das gesagt hatte, Videospiele sind einfach Faktor 10 zum Thema Brettspiele. Und das weiß ich, das wird sich wahrscheinlich dann einfach finanziell nicht rechnen. Vermute ich jetzt mal. Also ich meine, die WASD wird in erster Linie halt, du kaufst sie halt bei denen direkt. Die ist jetzt nicht wirklich im, sage ich jetzt mal, im Zeitschriftenhandel. Da kostet eine Ausgabe, weiß ich nicht, was kostet die, 10, 15 Euro. Das ist, also du holst dir die wirklich konkret. Und ich meine, die leben von einer kleinen Auflage. Sie leben von einem Direktvertrieb. Das ist tatsächlich auch, sage ich mal wieder, die Nische bei denen. Aber das ist eine Nische, die ich mir halt auch wünschen würde für den Brettspielbereich. Aber das ist halt nochmal kleiner, ja. Also die kostet 16 Euro und es gibt noch eine Förderausgabe, die kostet 20 Euro. Wo man halt dann noch ein bisschen ein Goodie gibt. Ja. Aber zurück zu den Brettspielzeitschriften. Natürlich sollten wir die Nummer 2 nicht vergessen zu erwähnen. Also wenn man Spieldoch und Spielbox, da sie vom selben Verlag sind, mal als eine Exemplar sieht. Dann gibt es natürlich noch die Fairplay. Das gute alte Hobbyprojekt von einigen Querdenkern. Wir hatten ja mal die Katrin hier im Podcast. Hatten wir schon mal drüber geredet. In meinen Augen auch da die Rezensionen tatsächlich, also weil sie ein bisschen anders schreiben, die nehmen tatsächlich aber den größten Teil ein, sind aber dafür auch manchmal wirklich etwas querer in ihrer Art und Weise, wie sie Sachen bewerten. Auf der anderen Seite haben sie aber auch immer wieder spannende Berichte. Und vor allem, finde ich, machen sie den besseren Messebericht. Weil sie da nicht einfach sagen, okay, wir zählen mal einfach alles auf und werfen einen kurzen Blick drauf, worum es geht. Sondern dass sie wirklich sagen, wir picken uns selber ein paar raus und dann geben wir auch so einen Eindruck davon, wie wichtig wir das halten, so mit Wahrscheinlichkeiten. Ja, aber wäre so, also die Fairplay könnte ich mir als schönen Blog spannender vorstellen im Internet. Ja, ich mir auch. Aber ist halt nicht. Ja, aber... Dann natürlich möchte ich erwähnen die Spielerei. Das ist tatsächlich nur noch Rezensionen pur. Erscheint viermal im Jahr. Kleines A6-Häftchen, A5-Häftchen. Ist auch ein bisschen anders. Aber es sind halt wirklich nur Rezensionen. Also da ist tatsächlich so, okay, da gibt's nochmal so ein Einplot, so wie finden die das? Da ist auch nicht so viel überraschende Spiele, aber schön ist es trotzdem, immer wieder zu lesen. Dann wollen wir unsere österreichischen Nachbarn nicht vergessen. Das WIN-Magazin. Das gibt's auch nur online. Also ich glaube, das gab's mal gedruckt oder so. Inzwischen gibt's das aber, glaube ich, nur noch online als PDF zum Runterladen, zum Lesen, ist aber in erster Linie auch nur Rezensionen. Auch da nochmal einfach ein eigener Blick auch vom österreichischen Spielemarkt aus gesehen. Und ich glaube, das sind die ganzen deutschsprachigen Sachen, die mir einfallen. Hab ich irgendwas vergessen? Ich bin gerade auf der Webseite von der Spielerei. Guck mir das aktuelle Heft an. Dort ist halt auf der ersten Seite eine Werbung für Schmidtspiele drauf. Wenn das ein Blog im Internet machen würde. Wäre, glaube ich, der Shitstorm schon vorprogrammiert, oder? Wahrscheinlich. Aber lass ich mich mal so formulieren. Es ist die Zeit. Ich würde sagen, dass sie die erste Seite als Werbeseite verkaufen. Das macht die Spielbox übrigens auch. Das Spiel vorne, das auf der Spielbox vorne präsentiert wird, das ist eine Werbeanzeige. Und die Spielbox hatte damals mit einem riesigen Shitstorm arbeiten müssen, als dann das Spiel, das vorne drauf war, nicht im Heft drin war, weil das in irgendeinem anderen Heft drin war. Und deswegen ist es inzwischen so, dass wenn sie sagen, wenn du da vorne die Anzeige drauf haben willst, dann müssen wir das Spiel auch in derselben Ausgabe rezensieren. Ansonsten haben wir einen Schritt. Es ist halt, da kommt man dann halt wieder in diese Diskussion von wegen Paid-Content und ich meine, überleg mal, bei Hunter & Cron gab es auch die Riesendiskussion, als der Brettspiel-Club gesponsert wurde. Riesendiskussion würde ich es nicht nennen. Es gibt natürlich immer die Sagen, sie können es nicht auseinanderhalten. Und an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist dann euer Problem. Ich meine, klar, Hunter & Cron hätten in die Ecke schreiben können, Werbesendung, das wäre aber eigentlich ein totaler Schwachsinn gewesen. Weil was sie bekommen haben, sie haben ja nicht Geld dafür bekommen, dass sie sagen, hier, wir loben das jetzt über einen Klee, sondern wir haben eine finanzielle Unterstützung gekriegt, damit wir das durchführen können. Aber wir können weiterhin natürlich unsere Meinung zu dem Spiel haben. Und außerdem hast du es ja bei Zeitungen generell, die müssen sich ja über Werbung und finanzieren. Also, dass du in der Autozeitschrift Werbung von Autoherstellern hast, ist auch klar. Warum in der Spielezeitschrift keine Werbung von Spieleverlagen? Ja, es ist halt... Und wenn, weiß ich nicht, eine Autozeitschrift vorne ein BMW halt mal drauf hat, dann ist der halt vorne drauf und wahrscheinlich auch finanziert irgendwie. Ich sehe das jetzt auch nicht, das ist halt, so funktioniert das halt mit dem Business. Und wahrscheinlich geht es auch gar nicht anders. Sonst müssten die wahrscheinlich das Dreifache für die Ausgabe verlangen, wenn du ohne Werbung haben die willst. Also, ich bin kein Fan von Werbung. Mich nervt das total. Ich kann das in Zeitschriften sehr gut überblättern und ignorieren. Online nervt es mich umso mehr, dass ich dann gerne auch einen Adblocker mal einsetze. Und ich verstehe aber natürlich, wenn Leute, die Content anbieten, dass sie irgendwie finanzieren müssen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an all die Patreone, die uns unterstützen und uns die Möglichkeit geben, auf diese Weise uns cooles Equipment zuzulegen. Und es gibt halt aber auch Leute, die wollen halt ein cooles Format machen, die sagen, das kann ich nicht über so einen Weg. Ich muss das irgendwie anders finanzieren. Und Hunter und Krohn haben da halt den Weg über dieses Sponsoring gefunden. Und ich finde das total toll, dass Firmen sagen, wir sind bereit, Geld denen in die Hand zu drücken, damit die so coolen Content liefern können. Und das muss man aber immer noch davon trennen können, dass das nicht in die redaktionelle Arbeit reingeht. Und wer das als Zuschauer, Leser, Ähnliches nicht trennen kann, der sollte vielleicht mal wirklich in sich gehen, ob er da nicht mit zweierlei Münze misst. Ja, es ist mir nur gerade so ins Auge gesprungen. Also, ich wollte da nur mal irgendwie darauf aufmerksam machen. Seht ihr denn für diese Zeitschriften noch eine Zukunft? Ja. Aber nur in einer ganz kleinen Nische, oder? Also, ich sehe ja, wie viele Magazinen immer mehr rauskommen. Also, im amerikanischen Markt ist jetzt ja der Casual Game Insider seit einigen Jahren groß. Der macht zum Beispiel so, der macht eine Kickstarter-Kampagne, damit man halt auch so ein Exemplar zubestrickt bekommt. Aber was der eigentliche Plan ist, dass diese Zeitschrift, die sie dann viermal im Jahr rausbringen, dass sie die kostenlos in der gesamten USA an alle Läden verschicken können. Also, die Läden kriegen kostenlose Exemplare und das finanzieren sie über dieses Kickstarter. Und das finde ich auch einen coolen Ansatz. Und das funktioniert jetzt schon im fünften Jahr, glaube ich. Also, da gibt es dann auch noch eine Gruppe von Leuten, die machen ein anderes cooles Magazin, das heißt Game Night, das gefällt mir sehr. Das erscheint sechsmal im Jahr, ist auch kostenlos. In Italien gibt es das Ilsa Magazin seit vielen Jahren, auch online only. Also, es gibt da sehr, sehr viele. Ich denke, das ist auch nicht tot und wegzukriegen, weil Leute sagen, auch der Markt will bedient werden, auch wenn er vielleicht kleiner ist. Was ist ja alles für Zeitung, Kind. Ja, ich habe ja zu viel Zeit. Wir sind ja auch. Zu viel Zeit auf dem Klo, meinst du? Kommen wir zur nächsten Frage. René. Ja, uns fragt der, der Henrik fragt uns, wie kriegt man Leute zum schneller Spielen? Also, ich denke mal, das ist auch angepeilt, dieses Grübler oder die sitzen am Tisch und überlegen, machen dies, machen das. Wie kriegt ihr die dazu? Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also, ich habe auch manchmal Partien, wo mich das dann tatsächlich in den Wahnsinn treibt. und was mich dann noch viel mehr in den Wahnsinn treibt als die Leute, die nicht so schnell spielen, sind die Leute, die sich die ganze Zeit darüber echauffieren, dass die anderen so langsam spielen. Das ist tatsächlich so, es gibt, ich sage jetzt mal, es gibt den Menschenschlag, der echt nicht sehen kann, was jetzt ein guter Zug ist, aber gleichzeitig nicht in der Lage ist, aus dem Bauch heraus zu spielen. der also wirklich sagt, ich kann mich nicht entscheiden und es gibt halt diesen Verein für Zweifler und Zögerer, der keine Mitglieder hat, weil sich niemand entscheiden kann, beizutreten und davon gibt es einfach zu viele Leute. Guck mal, läuft da. Ja, genau. Und also, wenn man da steht und sagt, ja, ich habe keine Ahnung, was jetzt ein guter Zug ist, dann ist es vielleicht so, dass man vielleicht einfach andere Spiele spielen sollte, sage ich mal. Dass da tatsächlich vielleicht sowas wie ein Spaghetti gespielt werden sollte oder sowas wie ein Sherlock, wo tatsächlich dann nicht so lange überlegt werden muss oder braucht. Oder darf. Oder darf, genau. Und wenn der andere sagt, aber ich mag das, ich mag solche Spiele, dann vielleicht sich tatsächlich Leute zu suchen, die genauso langsam sind, die es nicht stört. Ich glaube auch, du wirst grundsätzlich Leute da nicht ändern können, außer halt mit entsprechenden Spielen, wo der Zeitdruck einfach vorgegeben ist. Aber ansonsten, denke ich, ist das schwierig, die irgendwie zu motivieren oder zu überzeugen, schneller zu spielen. Du kannst mir ja schlecht sagen, hier, stell hier eine Sanduhr hin und wenn die abgelaufen ist, dann muss sie entschieden haben. Ich glaube, dann wird derjenige auch dir einen Vogel zeigen und sich einen anderen suchen. Ja, also ich erinnere mich, als wir bei Magic Turnieren gab es natürlich auch immer die Leute, die immer ewig gebraucht haben und sich nicht entscheiden konnten. Das wurde dann natürlich, weil Turniere irgendwie auch mit einer Zeitbegrenzung arbeiten müssen, wurde dann irgendwann mal eingeführt, dass es halt also Strafen dafür gibt, wenn jemand zu lange braucht. Und einer von den guten Spielern hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass dieses Stalling, dieses Zeitspiel, dass das viel mehr geahndet werden müsste, weil wenn die Spieler, und wir reden jetzt natürlich von Leuten auf Turnierniveau, die wirklich viel üben und Turnieren, die eigentlich wissen müssten, was man machen muss, die das irgendwie im Effekt haben müssen. Der hat gesagt, das müsste viel mehr geahndet werden, weil wenn ein Spieler nicht die Situation einschätzen kann oder schnell genug analysieren kann, dann hat er nicht genug geübt und dann verdient er es auch zu verlieren. Und je nachdem, wie die Spieler sind, also wenn die jetzt nicht schneller spielen wollen, dann kann man natürlich dann mit denen reden und sagen, du, weißt du was, wollen wir das einführen? Wollen wir hier eine Uhr hinstellen? Und das muss ja keine Uhr sein mit fünf Sekunden oder sowas, aber vielleicht eine, es gibt ja auch so Sanduhren, die haben eine Minute oder zwei. Weißt du, so fraglich dahin stellen, so zwei Minuten, dann machst du deinen Zug und dann muss man da vielleicht auch einfach mal sagen, dann so, gut, das wollte man vielleicht nicht grundsätzlich machen, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, sondern wenn man sagt, du kennst das Spiel, du weißt, was da passiert und dann musst du dich auch mal entscheiden können und dann zack, packt man mal eine Uhr hin. Naja, es gibt halt die Schachuhren, ich meine, es ist ja auch ein Spielelement bei diesem Turnierschachspiel. Es gibt auch Schachuhren für mehr als zwei Spieler. Aber wie würdest du dich denn fühlen, wenn dir einer sagt so, du bist mir zu langsam, ich stelle dir jetzt hier eine Uhr hin? Also, weiß ich nicht. Also, ich halte das auch vielleicht nicht, also wie gesagt, das ist, der Vergleich zu Magic war wahrscheinlich wirklich dämlich, weil es da, wie gesagt, um Turnierebene geht. Aber ich glaube wirklich, also die wirklich die sinnvollste Lösung ist zu sagen, okay, ich weiß, worauf ich mich einlasse oder ich sage, mit dir spiele ich diese Form von Spielen nicht. Das ist das Einfachste. Also entweder man sagt, okay, ich mag den Typen zwar und geht mir zwar auf den Nerv, wenn der da drei Stunden für einen Zug rumgrübelt, aber ich spiele halt trotzdem mit ihm. Oder ich sage halt, dann spielen wir halt irgendwas, wo es nichts zu grübeln gibt, wo es ein Zeitlimit gibt, was auch immer. Und dann ist gut. Aber da irgendwie die Leute zu bringen, irgendwie schneller zu werden, ich glaube, das hat keinen Effekt. Nee, das finde ich eigentlich auch Angriff auf die Persönlichkeit sogar, oder? Ja, es ist auch so, als würde ich dauernd kritisieren, weiß ich nicht, wie einer irgendwie spielt, noch nicht mal abgesehen von der Zeit, sondern dass er immer ganz vorsichtig und nie angreift, weil er ein Schisser oder irgendwas ist und ich sage, komm, jetzt musst du aber angreifen hier. Ansonsten kriegst du hier keine Pizza, wenn wir bestellen, wenn du nicht mal angreifst. Ich denke mal, so ist derjenige oder diejenige halt dann einfach von Spieltypus her und da wirst du auch nicht viel dran machen. Also, ich denke, der besten Tipp, den wir geben können, ist wirklich, sucht die Spiele nach den Spielern aus. Wenn ihr wisst, mit wem ihr spielt und ihr wisst, da ist jemand dabei, mit dem sollte man keine Spiele spielen, wo man grübeln muss, weil er das nicht kann, dann spielt einfach solche Spiele nicht mit denen. Man kann ja genauso gut das andere Extrem nehmen und es gibt halt auch Leute, die oder Spieler, die halt keine Echtzeitspiele mögen, dann weiß man genau, vielleicht spielst du besser nicht mit oder ähm. Also, ich weiß zum Beispiel, meine Frau sagt, ich brauche kein Reaktionsspiel mehr auf den Tisch zu setzen, weil sie genau weiß, die ist da entsprechend schlechter als ich und sie sagt, das brauche ich nicht spielen, wenn ich eh verliere und deswegen habe ich dann auch irgendwann aufgegeben, Reaktionsspiele zu besorgen, obwohl ich die total toll finde. Ich habe irre Spaß an Reaktionsspielen, aber es ist totaler Quatsch. Ja, dann kommen wir mal zur nächsten Frage direkt. Ja, lass mal Matthias sagen. Matthias darf mal eine. Ich darf mal eine. Ja, dann, weil ich jetzt gerade von meiner Frau geredet habe, wie steht, stehen eure Partner zu dem Hobby-Brettspiel? Hat eine Juliana gefragt. Die zeigt mir manchmal einen Vogel. Die kennst du? Nein, meine Frau zeigt mir manchmal einen Vogel. Ach so, ja, das ist doch schön, oder? Ob die, wer war es, die Juliana das macht, das weiß ich, die kann natürlich auch sein, aber die kenne ich nicht. Also, deine Frau ist der Meinung, du machst da zu viel mit den Spielen? Manchmal, ja, wenn es gerade so Kickstarter-Sachen sind, da würde ich dir aber auch einen Vogel zeigen manchmal. siehste. Aber ich habe am Wochenende gelernt, wie harmlos ich das sein kann. Aber, äh, grundsätzlich ist sie halt nicht so spielebegeistert wie ich, aber, äh, ich sag mal, trägt es stellenweise dann auch mit Fassung. Ja, da kann ich, äh, gleich mit einsteigen. Ja, bei mir auch. Also, mit dem, mit dem Vogel ist es nicht ganz, ich glaube, ich bin nicht ganz so extrem wie René, wenn, wenn da irgendwie vier Kartons Conan irgendwie vor der Haustür stehen, dann, äh, sowas passiert bei mir ja halt nicht. Das ist ja, sagte der Herr, der jetzt, äh, Terraforming Mars für sich entdeckt hat. Aber es dauert nicht mehr lang, Arne. Ja, du entdeckst die Eurogames und bei mir geht es jetzt in die andere Richtung. Genau, du holst jetzt die ersten Miniaturenspiele. Blood Rage, Cosmic Encounter. Ja. Ja. Alles ungespielt, aber, ähm, ja, so, bei mir ist es manchmal auch, äh, schwierig, aber das hat halt irgendwie mit den Kindern halt, äh, gründet durch die Kinder. Da, Kinderarbeit und, äh, Spiele und Podcasts unter einen Hut zu kriegen, ist halt auch manchmal nicht so einfach und da muss man die Zeit sich, äh, ja, muss man halt gucken, wie man die irgendwie aufteilt und deswegen fängt man einfach noch einen zweiten Podcast an, aber, ne, Matthias? Da, da ist ja deine Schwägerin, also, die hängt ja da mit drin, sag ich jetzt mal und mit der spielst du ja auch einiges. Ja, ja, das ist richtig, aber da kann ich halt auch, da, äh, da ich jetzt in Göttingen halt eine relativ, äh, regelmäßige Gruppe habe, wo ich, äh, mehr hingehen könnte, wie ich tatsächlich kann und dort ich auch andere Spiele spiele, äh, daher kommt vielleicht auch diese, dieses, dieser Ausbruch von mir, dass ich auch mal jetzt andere Spiele mir mal anschaue, weil ich die zu Hause, also ein Terraforming Mars ist halt hier bei mir zu Hause, mh, das juckt ja keinen, pass auf, ich kann, ich, das Terraforming Mars habe ich halt gezeigt, oh ja, Weltraum, mh, dann habe ich aber hier Great Western Trail mal gezeigt, habe die Kühe, die Kuhkarten gezeigt, habe mir gedacht, ja, wann spielen wir das jetzt? Thema ist jetzt, Terraforming Sheep oder so, Terraforming Trail oder so, das, das Thema ist halt hier nicht so ganz, nicht so ganz unwichtig tatsächlich, also hier im, im häuslichen Bereich. Tja, ja, also Thema ist auch bei meiner Frau manchmal wichtig, also das, also, als ich meine Frau kennengelernt habe, hatte sie mehr Brettspiele als ich und da hatten wir beide noch irgendwie so dreistellige Zahlen und das ist ja schon wieder, oh Gott, ewig her. Jetzt haben wir das kompliziert und es sind sechsstellige Zahlen. Nee, so weit sind wir noch nicht. Also sie ist, sie ist tatsächlich einer, der auch immer wirklich gerne wieder spielt, sie hat dann, also wenn ich dann mal nicht da bin, dann kriege ich auch mal da Fotos, was sie dann mit irgendwelchen anderen Freunden gespielt hat, während ich nicht da bin, weil sie natürlich dann auch mal wieder irgendwie coole Sachen spielen will und sie holt dann auch immer wieder die Sachen raus, die sie besonders gerne spielen will, weil ich bin ja doch dann irgendjemand, der sagt, ha, lass uns mal das ausprobieren, das kennen wir noch nicht oder so oder lass uns mal das spielen, weil ich ja auch da mal wieder jetzt die Erweiterung noch testen möchte oder so und sie hat auch dann wirklich ab und zu einen komplett anderen Spielegeschmack als ich. Aber das ist dann, finde ich eher etwas, wo wir uns dann im Mutfall ergänzen und sie spielt dann auch mal was mit, was ich cool finde und ich spiele dann mal was mit, was sie cool findet und an der Stelle, wo wir uns am besten wirklich übereinstimmen, ist einfach, wir lieben beide kooperative Spiele und gerade wenn man Team Notfall auch zu zweit spielt, ist das an der Stelle, weil es bei kooperativen Spielen tatsächlich doch sehr oft nicht darauf ankommt, ob man jetzt zu zweit, dritt oder viert ist und aber alleine spielen ist auch wieder Blödsinn. Also von da aus gesehen, das spielen wir gerne zu zweit und sei es ein Pandemie oder sei es ein Zombieside oder ähnliches und sie liebt Brettspiele, sie kann alles nachvollziehen, was ich da mache. Es gibt eigentlich keinen Grund, diese Frau nicht zu lieben. Ja, ja, Juliana, ich hoffe, du findest einen Kerl, der das genauso sieht. Ich hoffe, Juliana zeigt dir jetzt nicht den Vogel. Das weiß ich nicht. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass viele Leute wirklich den Partner haben, mit dem sie sowas auch, das klingt jetzt böse, ausleben können. Also ich finde, das ist wichtig, dass man in der Beziehung tatsächlich irgendwie so einen gemeinsamen Hobbypunkt hat und das Brettspiele bieten sich dafür finde ich total gut an. Sagt der, der eine sechsstellige Handzahl Spiele zu Hause rumstehen hat. Nein, 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 sechsstellig ist es nicht. Das ist nur vierstellig. Hallo, wo kommen wir denn da hin? Sechsstellig. So, jetzt muss ich wieder. Der Johannes hat uns geschrieben, welches Spiel war euer teuerster Kauf beziehungsweise der teuerste Fehlkauf? Ich müsste das mal überlegen. Der teuerste Kauf? Also mit meinem Black Rage bin ich schon relativ weit da oben bei mir, glaube ich, dabei. Wenn man jetzt diese ganze Dominion-Geschichte bei mir jetzt aus und vorne. Das sind ja alles Erweiterungen, das zählt nicht. Doch. Fehlt schon, Arne. Aber ganz ehrlich, also das Blood Rage war bei dir immer noch günstiger als dein Terraforming Mars. Ja. Psst. Stimmt. Aber das liegt ja schon so im gleichen Bereich. Also für mich, für euch ist das ja nicht. Also ich hatte ja irgendwann auch schon in Sendungen gesagt, wenn es bei mir über 50 Euro, 50 Euro ist halt so eine Schmerzgrenze tatsächlich bei mir, die jetzt ja, wir haben auch noch eine andere Frage, die in diese Richtung ging, die jetzt ja nach oben öfter durchbrochen wird, weil die Spiele halt gefühlt doch stellenweise teurer werden. Und wenn ich halt diese 50 Euro, da überlege ich es mir schon drei und vier Mal und dann dauert dieser Bestell- oder Kaufprozess denn schon länger bei mir und deswegen aber Fehlkauf, da muss ich jetzt, lasse ich jetzt die anderen beiden mal einen Vortritt. Fehlkauf ist auch gemein, ne? Ich hab was. Das Herr der Ringe LCG, damit bin ich überhaupt nicht warm geworden. Also das Herr der Ringe, wie heißt das? Das Herr der Ringe, das Kartenspiel? Nee, wie heißt das? Das Kartenspiel, ja. Aber das LCG, wir wissen, was du meinst. Ich fand diese, ich fand das, hat mich irgendwie total neugierig gemacht und dann hab ich es halt irgendwie, haben wir es hier mal gespielt und dann hab ich es mal alleine gespielt und dann hab ich es gelassen und dann wieder verkauft. Also, aber das war jetzt ja auch nicht, 30 Euro ist dann wieder, das ist dann, ist komisch bei mir so, unter 30 Euro sind alle Spiele billig. Und also, versteht ihr alles, was unter 30 Euro ist? Ich weiß genau, was du meinst. Wenn ich auf Kickstarter sehe und denke so, ach, das kostet ja nur 70, 80 Dollar. Also, man hat tatsächlich auch ein verschobenes Wahrnehmungsempfinden da. Aber auf der Messe denkst du dann wieder so, das kostet mehr als 30. Oh, Great Western Trail kostet nur 25. Okay, das kaufe ich erst mal so, mal gucken wir was da. Also, ne? Das ist so, das sind so irgendwie meine Grenzen. 30 ist günstig und alles über 50 ist extrem teuer. Nie kaufen, gar nicht kaufen. Ja. An dem Punkt bin ich lange vorbei. Also, bei mir war es definitiv auch ein Kickstarter. Dabei weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, ob es jetzt das Conan war oder das, was noch nicht da ist, das Massive Darkness. Weil da habe ich, glaube ich, mehr Optionals noch hinzugebucht. Echt? Da habe ich mich nicht getraut. Da habe ich genau ein einziges Optional, nämlich diese Zombie-Side Crossover da für 8 Dollar oder so. Die, was? Optional? Was? Du kannst noch mehr Geld reinschmeißen. Es gibt sogenannte Add-ons. Weißt du, also bei Computerspielen heißt das DLC, um es mal für dich vielleicht einfacher zu auszudrücken. Ja, okay, das verstehe ich. Ja, das redet mehr in Computerspiel. Aber ich könnte jetzt noch nicht mal wirklich sagen, es gibt einen Fehlkauf. Ach nee, jetzt weiß ich, was der teuerste Kauf war. Das müsste Shadow of Brimstone sein. Ja, aber damit spiele ich selten. Kenne ich aber viele Leute, die das total toll finden. Was, im Haus zu spielen? Nein, Shadow of Brimstone. Ja, finde ich auch toll. Und es ist auch kein Fehlkauf. Ich musste gerade die Preisschienen nach oben setzen, weil da kostet ja so eine Grundbox 100. Und da es ja zwei Grundboxen gibt, also 200. Zwei, wieso? Ich frage. Ach nee, lass mal. Nee, ich frage gar nicht jetzt. Alles gut. Es gibt halt zwei Grundboxen, wie bei Dominion. Zwei Grundboxen ist doch aber eigentlich auch Dominik. Integral ist eine Erweiterung. Nein, ist eine Grundbox. Kannst du alleine spielen. Ich glaube, es ist nicht mehr eine Grundbox, aber ich bin mir nicht sicher. Aber es war. War. Das ist es. Du konntest alleine spielen, ohne die andere. Ja. Genau dasselbe, nur dass da noch Plastikminiaturen drin sind und teurer ist. Ja, das glaube ich auch. Aber Fehlkauf kannst du jetzt nicht irgendwie oder was. Also da, wo ich mir jetzt ganz unsicher war, habe ich eigentlich mich nicht getraut, das Geld zu investieren. Ja, das ist ja auch schon, also ich habe da irgendwie bei Kickstarter irgendwie so ein Problem mit diesem Vorbestellen. Also ich, jetzt sind wir wieder bei Computerspielen, da sagt man mittlerweile, bestellt keine Spiele vor, tut das nicht, tut das auf keinen Fall. Wenn ihr das haben wollt, dann kauft ihr es euch, wenn es da ist und dann gut ist und das hat sich irgendwie bei mir in diese Brettspiel-Geschichten irgendwie so, ja, so rein verpflanzt. Also neulich gab es in einer Spiele, Spiele-Schmiede heißt das, dieses Spiel Vikings Gone Wild. Ich habe mit Matthias, glaube ich, auch darüber geredet, ich sage, ich habe irgendwie ein Problem, jetzt ein Spiel zu kaufen, zu bezahlen und das kommt denn erst im September. Ist doch doof, will ich nicht. Das ist für mich ein Konzept, was irgendwie in mein Geschädel nicht rein will. Wenn ich ein Spiel kaufen will, dann... Ich habe ein Haus gekauft, das bezahle ich erst in 30 Jahren. Ja, das ist... Also von daher... Ist auch was anderes, ich habe auch ein Auto gehabt, aber... Ja, da habe ich das Auto aber schon. Stell dir vor, du würdest das Kickstarter jetzt kriegen und du bezahlst das denn über 30 Jahre ab oder sowas. Das ist doch dann viel cooler. Das wäre cooler, das ist richtig. Ja, aber dieses Warten auf Spiele, das ist mir irgendwie... Da habe ich, glaube ich, ein Problem mit. Ich irgendwie nicht. Ja, jetzt ging jetzt auch irgendwie bei Schwerkraft... Du wartest ja auch wahrscheinlich gar nicht mehr so wirklich lang, weil bei dir kommt ja immer irgendwas, was ist vielleicht schon älter. Aber du kannst eigentlich sagen, oh, ich backe jetzt irgendwas und nächste Woche kommt irgendein Paket, was du mal gebackt hast. also... Ach so, du wartest ja tatsächlich nicht mehr. Der Kauf für das Spiel ist ja mit einem anderen Spiel, wird das denn... wird das denn quasi so methadonmäßig... Genau. ...gelindert. Ich hatte jetzt echt Schwierigkeiten zu sagen, was mein teuerster Kauf war. Kannst du das nicht gucken bei Kickstarter? Ja, ich gucke die ganze Zeit und stelle fest, ja, aber die Summe muss ich durch zwei teilen, weil ich für einen mitbestellt habe. Da muss ich so durch drei teilen. Also ich stelle tatsächlich für manchmal für Leute mit. Also ich weiß, ich habe irgendwie tatsächlich ordentlich bei Rising Sun reingetan, aber das jetzt... Ich weiß jetzt nicht, ob das das Größte war oder so. Also das kann ich tatsächlich schwerlich, schwerlich sagen. Was ich auf jeden Fall weiß, was der teuerste Fehlkauf war, war Storm the Castle. Das war ein Spiel, das mich total angemacht hatte von der gesamten Präsentation. Das ist ein kooperatives, ähm, Anti-Tower-Defense. Also es geht nicht darum, dass man einen Turm verteidigt, sondern dass man gemeinsam versucht, diesen Turm einzunehmen und das Spiel verteidigt sich. Und das Spiel war grottisch schlimm. Also das war, die Regeln waren komplett unverständlich, unspielbar. Das Material war die größte Zumutung. Die Karten waren dünn wie Zeitungspapier. Ähm, das konntest du auch nicht mischen. Das war vorne bis hinten eigentlich eine Riesenbeleidigung. Und das war tatsächlich für mich der größte Fehlkauf, in den ich mich jetzt in der Form erinnere. War das auch ein Kickstarter? Ja, das war auch ein Kickstarter. Hat jetzt gerade in meinem Kickstarter-Bestreben jetzt auch nicht geholfen, so. Ja, du bist auch völlig der Fall. 90 Prozent der Spiele, die über Kickstarter gehen sind, da bist du überhaupt nicht Zielgruppe für. Du brauchst dir überhaupt keine Gedanken zu machen. Und wenn da wirklich was richtig Gutes ist, dann kommt das ja nochmal unabhängig von Kickstarter getrennt. Also du kannst einen Blood Rage ja jetzt auch kaufen, ohne dass du beim Kickstarter dabei warst. Ich werde auch ein Vikings Gone Wild irgendwann kaufen können, wahrscheinlich. Genau. Und also an der Stelle sehe ich das überhaupt nicht als nötig. Ich meine, auch Räuber der Nordsee gab es als Kickstarter. Und ja, das ist jetzt vielleicht gerade nicht zu kriegen, aber das wird auch demnächst wieder nachgeliefert. Und also das ist an der Stelle, ich glaube, du brauchst da wirklich keine Gedanken zu machen. Und es ist ja auch so, dass, also ich meine, wir haben, ich habe bei dem Deep Space D6, das der Heavy empfohlen hat, habe ich ja auch einfach jetzt mal mitgemacht, weil ich gesagt habe, das macht mich jetzt an. Aber das ist so, ich glaube wirklich, also jetzt den teuersten Kauf tatsächlich könnte ich so nicht sagen. Aber das ist, wie gesagt, bei, weiß ich nicht, wie viel waren es, 180 unterstützten Projekten, wenn da so ein Fehlkauf dabei ist, dann ist das jetzt mal überschaubar. Also wenn du 180 Spiele im Laden gekauft hast, ist da auch mal ein Fehlkauf bei, sage ich. Ja, dann geht das halt wieder, das Spiel um Gutes. Genau, dann geht es wieder. Das war, dann habe ich mich auch getrennt, war wieder weg und dann war ich glücklich. Gut, ich war auch glücklich, als Zeiss weg war und das war eigentlich kein Fehlkauf. Das war ja wieder so ein psychologisches Ding auf meiner Seite. Dann würde ich ja doch nochmal wieder einsteigen mit der Erweiterung, dachte ich. Nein, 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 nein. Der Zug ist für mich abgefahren. Also wenn da irgendwie mal irgendwo bin, weiß ich nicht, in Oberhof oder so und jemand sagt, hey, komm, wir brauchen noch einen, willst du mitspielen, dann würde ich mich wahrscheinlich breitschlagen lassen und das danach wieder für ein paar Jahre lang hassen. Fangen wir mal zur nächsten Frage, oder? Ja. Da hat der Timo uns gefragt, das fand ich ganz interessant, das würde ich auch gerne wissen, und hoffe, dass der Matthias das weiß. Wo landen die Brettspiele, die auch über Jahre hinweg nicht bei Online-Shops verkauft wurden? Müll handelte, Verbrennungsanlage, 99-Cent-Shops. Was passiert damit? Na, was schätzt du denn, was da passiert? Presse? Also nicht Presse von wegen. Müllpresse. Einmal Presse halten, ja. Einmal Lügenpresse. Lügenpresse. Müllpresse. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir relativ sicher, dass da gar nicht so viel irgendwo landet. Ich weiß, ich weiß die Antwort, ich weiß sie. Ja? Heidelberger Tunnel of Death. Ja, das wäre jetzt so das, was ich hinaus wollte. Aber es gibt natürlich jetzt nicht mehr so einen Heidelberger, der so einen Tunnel of Death irgendwie anbieten könnte. Ich weiß nicht, ob Asmodee das weiter mitmacht. Ich glaube, Asmodee will sich nicht so in der Form aufstellen, sondern tatsächlich in der Stelle sagen, nee, machen wir nicht. Wir sollten vielleicht noch mal sagen, was wir damit meinen, oder? Ja, erklär das mal. Also, beim Heidelberger, also auf der Spielwahn, Spielwahn, auf der Spiel in Essen gibt es auf dem Heidelberger Stand immer einen, so, auf dem Stand so ein Schlauch, so ein Schlauchartiges, also nicht Schlauch, sondern so ein Standbereich, der halt so ein bisschen länglich ist und dort sind viele Paletten mit Spielen, so wie beim Eldy. Man könnte sich das wie beim Eldy irgendwie vorstellen. Die liegen da einfach auf den Paletten rum, die Spiele, und dann zu einem mehr oder weniger günstigen Preis und die Leute stehen dafür Schlange, um in diesen Bereich reinzukommen und es ist immer ein großes Hallo und eigentlich sagt man sich, man geht da sowieso nicht hin, aber ich glaube, René, wir waren drin letztes Jahr, ne? Ja, aber auch als es leer war, also als wir nicht anstehen mussten. Ja, also manchmal muss man da wirklich lange für anstehen und um da irgendwelche Schnäppchen abzugreifen und da liegen dann, wenn man da mehrere Jahre hintereinander, oh Gott, wir waren da doch, naja, dann sieht man auch viele Spiele mehrfach dort liegen, also über Jahre hinweg dort liegen und die werden dann irgendwie immer günstiger und da werden die halt verramscht, nennen wir es einfach mal so, oder? Verramscht trifft es. Aber Asmodee ist ja nicht dafür bekannt, irgendwie Spiele groß zu verramschen, oder? Nie, ganz im Gegenteil. Asmodee ist jemand, der versucht eher, da den Preis oben zu halten. Das war schon damals so, als Days of Wonder damals Zug im Zug gewonnen hat, wo die dann auf diese ganzen Preisgeschichten, die da Handel in Deutschland haben wollte, irgendwie nicht eingegangen sind und tatsächlich versucht haben, eher zu sagen, nee, wir bleiben etwas teureres im Segment und ich glaube nicht, dass es denen geschadet hat. ja, ja, das ist, also, ich denke, also, da landen tatsächlich verdammt viele Spiele. Es gibt dann immer wieder die, die sagen, ja, gib uns deinen ganzen Rest. Es gibt sogenannte Sonderaktionen, es gibt da die einschlägigen Online-Shops, die sagen, hier, komm, wir bieten dieses, jenes Sonstiges an. und selbst wenn die dann nicht verkauft werden und selbst wenn sie, sie der Death Row nach ein paar Jahren irgendwie nur noch nach angestimmelten Staub aussehen, es gibt dann auch noch die Leute, die sagen, na, hier, komm, ich nehme es euch ab, damit ihr es aus dem Lager raus habt. Die nehmen das dann auseinander und nutzen das Einzelmaterial. Also, ein Spielmaterial.de, der ja ursinnig viel coole Sachen irgendwie anbietet für Spielerautoren, wenn die sich ihre Prototypen basteln wollen, ähm, der kauft regelmäßig irgendwelche Reste an, äh, an von irgendwelchen Verlagen, einfach nur, weil er diese, diese einzelnen Sachen dann irgendwie einzeln weiterverkaufen kann oder wenn er wirklich richtig viel von irgendwelchen Sachen hat, dann macht er einen kleinen Autorenwettbewerb, wo man das Material dann verwenden muss und dann, äh, er damit gleich ein neues Spiel produzieren kann. Also, ähm, ungefähr da bleibt es übrig. Ich meine, sowas wie die Schachtel selber oder das, das Spielbrett, das ist dann Altpapier, das geht dann dahin weg. Ähm, und, aber, ganz viel, also ich sag mal so, Verlage sind ja auch immer besser geworden. Sie wissen ja, wie viel man berechnen kann, wie viel, äh, theoretisch sinnvoll produziert werden kann. So viel gibt es nicht, was da in diese Richtung geht. also die meisten werden das tatsächlich schon gut los. und spätestens, wenn sie es dann halt für eine Sonderaktion machen, wo sie dann sagen, naja, wir hauen nur ein bisschen über unseren Einkaufspreis raus, spätestens dann ist es eigentlich meistens weg. Hast du sowas mal erlebt, irgendwie, ähm, an eigenem Leib? Nein, aber, ähm, dass, dass, dass irgendwo, keine Ahnung, du hast bei XY gearbeitet und dort kamen, keine Ahnung, drei Paletten kamen wieder zurück, so, was macht man jetzt damit, oder? Ja und nein. Ach so. Also, ich meine, das wäre jetzt aus der Zeit und Upper Deck, wo wie ich, ähm, Du musst jetzt keine Namen nennen oder sowas. Ja, es geht jetzt hier, also, das wäre jetzt nicht, wirklich Brettspielbereich, sondern halt, äh, TCG-Bereich, wo man ja auch, äh, entsprechend plant und dann ist es ja so, dass, zum Teil halt also auch, äh, Material übrig bleibt, das wird dann auch auseinandergenommen, da wird dann irgendwelche Wundertüten reingetan oder ähnliche Sachen, ähm, da ist, äh, da, da haben, da wurden einige Deals gemacht, da wurden dann irgendwas für Mülle angeboten, für Karschut und ähnliche Sachen, zum Teil ist es aber auch so, da wurde dann nochmal extra nachproduziert, um es dann über diese Kanäle dann verkaufen zu können. Also, da, da, da sind nochmal so ganz andere, also, da habe ich tatsächlich ein paar Sachen erlebt, ähm, keine Ahnung, ob die das noch heute so machen, ähm, möchte ich mich auch nicht irgendwie, Nein, nein, muss ja auch nicht. die Vermutung stürzen. Aber, das gibt's auch, sag ich jetzt mal, bei, bei, bei Software, also, was du da zum Teil, also, da gibt's ja auch diese 5-Euro-Ramschecken bei Mediamarkt oder so, wo du denkst so, boah, dieses steinig alte Spiel, warum gibt's denn das hier noch und so, und so, also, das ist alles in der Form zum Teil nochmal extra dafür produziert, dass man's auch für diesen Preis verkaufen kann. Du meinst diese merkwürdigen Software-Pyramiden, die dann in Kaufhäusern drumstehen? Ne, das ist ja nochmal was anderes, das ist ja diese, diese Pyramide ist ja tatsächlich, also, diese Software-Pyramide ist ja tatsächlich nochmal ein neuer Vertriebs, Vertriebsweg, aber es gibt ja diese Grabbelkisten, also, diese, diese Gitterboxen wahrscheinlich meint Matthias eher, oder? Naja, Das ist ja auch alles. Ja, das ist, also, ich kenn mich mit Videospielen nicht ausreichend aus, ich weiß nur, dass wenn ich da mal bin, weil mein Sohn irgendwas gucken will, dann seh ich da, wo ich denke so, oh cool, das hab ich damals auf Amiga gespielt, das gibt's jetzt hier für 5 Euro. Ne. Und selbst die 5 Euro sind dafür noch zu viel. Ja, zum Teil gibt's das auf irgendwelchen Online-Seiten zum, als, äh, mit Emulator runterladen und so spielen, und hat das selbe Spielgefühl. Zum Teil kommt das ja auf dieser, auf diesen CDs mit Emulator, ähm, wo du, damit, weil das ja irgendwie so alt ist, dass das auf modernen Geräten sonst nicht funktionieren würde. Ja. Gut, aber hast du noch eine letzte Frage für heute? Ja, eine letzte machen wir noch, und dann würde ich tatsächlich, äh, noch den Bogen nehmen, weil wir gerade von Videospielen geredet haben. Was haltet ihr von Videospiel-Umsetzungen als Brettspiel, wie zum Beispiel Dark Souls und Beast of War, und kann man sie nur als Fan genießen? Gears of War soll das heißen. Gears of War, nicht Bears of War? Nein, Gears of War. Ja, dann, 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 dann verzeihen wir Markus, dass er einen kleinen Rechtschreibfehler drin hat, das hätte auch von mir sein können. Und Matthias hat's nicht mehr gemerkt. Also bei, bei Dark Souls, also zu Dark Souls hört man ja gerade nicht so viel Gutes. Nee, nicht so wirklich. Aber ihr kennt das Spiel nicht, oder? Nee. Kennt ihr das Konzept des Spiels überhaupt? Ja, dass man sterben muss. Nee, ich muss, nee, das ist einfach, also Dark Souls ist zum Beispiel, also diese Souls-Reihe, ich sollte vielleicht mal ein Videospiel-Podcast anfangen, Äh, bitte? Nein, ganz einfach, nein. Diese Videospiel-Souls-Reihe ist halt dafür bekannt, ähm, dass die, äh, Unforgiving, was ist denn da der, ähm, das deutsche Wort dafür? Ähm, die sind relativ hart. Also heutzutage ist es ja so, dass Spiele relativ gestreamlined werden, also auch Videospiele, und dass man dort einfach das ganze Erlebnis im Vordergrund, man soll die Story halt durch, durchspielen, und, äh, früher war es ja so, dass diese Videospiele aus den Arcades kamen, also aus den Spielhallen, und dort ging es denn darum, die Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Deswegen waren die halt schwer. Und dieses Dark Souls ist halt so, diese Rückbesinnung auf schwere Spiele. Und man stirbt halt sehr oft in diesem Spiel. Also man muss nicht sterben, sondern man wird einfach sterben, weil es einfach, jedes, jedes, äh, kleine Skelett, jeder kleine Skelettkrieger kann dich da irgendwie aus dem Latschen kippen, wenn man nicht aufpasst, und, äh, das ist jetzt so. Deswegen stirbt man es. Ja, ja, also was ich jetzt gehört habe, genau das ist halt bei dem Spiel auch so. Wie gesagt, ist jetzt nur hören, sagen, ohne dass ich es selbst gespielt habe, und dass du halt, äh, dich, weiß ich nicht, durch mehrere Räume durchschlägst, dann zum Endboss kommst, und eigentlich weißt, okay, den besiegst du diese Runde, dieses Mal nicht, weil du noch nicht genügend Ausrüstungsgegenstände hast, oder nicht wertvolle Sachen kannst, oder wirst du dann, verlierst dann, und startest wieder von vorne. Ja, und musst wieder durch alle Gegner, alle Gegner wahrscheinlich auch durch, ne? Genau, und das ist halt immer dasselbe. Das ist im Videospiel aber auch genau so. Aber dann klingt das doch nach der perfekten Umsetzung, also wer sich dann darüber beschwert, kann einfach auch das Videospiel nutzen. Vielleicht funktioniert einfach das Spiel im Prinzip nicht auch im Rätsel. Ja, und es dauert halt lange wohl, ne? Das tut das Videospiel auch. Wenn man so schlecht ist wie ich. Ja, weiß ich nicht, aber wir sollten jetzt nicht über Dark Souls reden, sondern, ähm, wie man zu Videospielumsetzungen, Matthias, warst du eigentlich, du warst doch auch bei dem, Ja, aber da musst du es ja gute oder schlechte für geben, und du musst auch bei dem, du kenne ich halt keine guten. Word of Warcraft, äh, da warst du doch, ja, da warst du dann beteiligt, Word of Warcraft, was war's denn? Trading, Trading Card Game. Ja, aber, also, das, das TCG hat, ist halt ein TCG, hat mit dem Online-Spiel an der Stelle relativ wenig zu tun gehabt, in meinen Augen. Ähm, natürlich, wenn man das Online-Spiel gespielt hat, hat man da Sachen wiedererkannt, aber an sich, das war, das war ein normales, Ja, du hast, du schaffst doch aber dadurch eine, eine Schnittmenge, dass die Spieler, die Videospieler, das Spiel, hey, da taucht irgendwie Rexha auf und, äh, halt irgendwie das und. Nein, da kann ich tatsächlich ganz konkret sagen, die Videospieler hat das TCG null interessiert, weil sie keine Zeit dafür haben. Sie haben das Online-Spiel gespielt und damit war die Zeit für das Videospiel null. Moment, sie haben das, sie haben das, sie haben das TCG gekauft, weil es dort Pets für das Videospiel gab. Ja, das haben sie beim ersten Set gemacht, danach gesagt, pff, leck mich, ich hol mir die, die, die Loot-Codes dann irgendwie über, den Sekundärhandel ohne Ebay sagen zu wollen. Lalalala. Also, das kann ich ganz konkret sagen, das hat nicht funktioniert. Die meisten Spieler des Kartenspiels waren tatsächlich Spieler von anderen Kartenspielen, die rübergewechselt sind und festgestellt haben, dass es ein richtig gutes Kartenspiel ist und die haben sich ausreichend viele Karten zugelegt und die Loot-Karten dann auf Ebay vertickt, um sich davon noch mehr Karten leisten zu können. Echt? Und das, von Darschen, hattest du eine ganz eigene Spielergruppe, die mit der eigentlichen Zielgruppe nichts zu tun hatte. Ich denke mal, das wird so ähnlich sein, wie halt grundsätzlich mit so Lizenzsachen, auch mit Fernsehen oder Film und sonstigen Sachen. Nur, dass es bei Videospielen, das Korsett, in dem das Spiel sich bewegen muss, natürlich noch enger ist, als bei einer Film- oder Serienumsetzung für irgendwas. Und, dass, wenn du jetzt wirklich sagen willst, und möchtest ein gutes Spiel draus machen, musst du dich in diesem engen Korsett bewegen. Und ansonsten hast du auch, weiß ich nicht, Lizenzprodukte, ja, ist halt dann das x-te Monopoly-Risiko, wo einfach draufgepinselt wurde. Was ist dann aber auch besser verkauft? Darum geht's ja nicht, aber um halt ein gutes Spiel draus zu machen, dass du sagen willst, okay, diese Lizenz oder diese Marke lockt vielleicht auch einen Videospieler ran, und begeistert gleichzeitig in den normalen Brettspieler, ist halt dann sehr schwierig. Also, ich würde jetzt noch wirklich zwei Beispiele machen, um auch mal so diese Schere dazu aufzudeuten. Also, einmal das World of Warcraft-Brettspiel, was ja von Fantasy Flight Games vor vielen Jahren mal rausgebracht hat. Nicht das Abenteuerspiel, sie hat noch ein Abenteuerspiel gemacht, das war ganz mies, sondern das Brettspiel, was eigentlich total cool ist. Was aber, wenn du das, das war eigentlich ein Zwei-Personen-Spiel. Also, du hast zwar gesagt, oh, du kannst so sechs spielen, dann haben immer drei Leute zusammen ein Team gehabt und haben sich halt abgesprochen, aber effektiv hast du es zu zweit gespielt, weil, ob du da zu dritt jetzt die Figuren leitest oder alleine, war Schnuppe. Das war halt im Grundspiel locker gespielt in drei Stunden. Wenn du die Erweiterung dazu genommen hast, dann habe ich, meine letzte Partie war es dann so, dass wir nach zwölf Stunden abgebrochen haben. Oh mein Gott. Aber es hat Spaß gemacht. Es waren tatsächlich unterhaltsame, tolle zwölf Stunden. Und wahrscheinlich merkst du das als Online-Spieler nicht, wenn du sagst, ach, nur zwölf Stunden, da habe ich ein paar Rates gemacht, das war okay. Also, da war tatsächlich eine Schere. Und die andere Schere, die mir jetzt dazu einfällt, war jetzt zum Beispiel The Witcher. Da hatte ich das Brettspiel ja auch schon mal hier in der Sendung vorgestellt. Ich kenne das Spiel an der Stelle, das Computerspiel tatsächlich nicht, aber ich fand das Brettspiel ziemlich gut, aber auch da war dieses Zeitproblem. Und das ist auch das, was ich wahrscheinlich, um jetzt nochmal kurz Dark Souls kurz erwähnt zu haben, das Problem ist tatsächlich, wenn du dieses Spielgefühl einsammeln willst, dann wird das als Brettspiel automatisch länger. Das Witcher-Brettspiel war nicht unter einer halben bis dreiviertel Stunde pro Spieler spielbar. Also, wir haben zu dritt zweieinhalb Stunden dran gesessen und es hat Spaß gemacht. Das war total toll, aber es war nicht schnell. Also, ich habe gerade mal, es gibt eine, es gibt eine, um jetzt nochmal zum Videospiel, um zu Längen zu kommen. Also, es gibt eine Internetseite, How Long To Beat heißt die. Dort kannst du Spiele eingeben und dann wird so geguckt, wie lange man so für das Spiel braucht. Und bei Witcher für die Haupt, also The Witcher, das Witcher 3, das Hauptspiel, nicht das Hauptspiel, das ist halt ein Spiel mit so einer offenen Spielwelt. Also, du hast dann eine große Spielwelt und da kannst du halt alles machen. Und wenn man nur die Main Story verfolgt, also die Hauptstory, ist man 46 Stunden unterwegs. Na gut, das kann ich jetzt bei Gloomhaven auch sagen. Das ist eine Kampagne. Das ist ja was ganz anderes, als würdest du, wie lange brauchst du für eine Quest bei The Witcher? Das wäre jetzt interessant. Das sind ja immer so Questlinien, die, aha. Also, ich glaube, das ist natürlich auch schwer, das miteinander zu vergleichen. Aber die Frage, die ich jetzt gerade noch habe, ist, muss es tatsächlich die 1 zu 1 Umsetzung sein oder reicht es, ein Spiel in diesem Universum zu haben? Weil da fällt mir konkret jetzt noch Max vs. Minions ein. Oh, das ist geil. Das ist richtig geil. Weil das ja in diesem Computerspiel Kosmos ist, aber ein richtiges, glaube ich, ein eigenständiges System ja auch dann hat. Und das, glaube ich, ich kenne jetzt das Universum nicht so gut. Aber das ist ja ein eigenes Spiel, das ja nichts mit dem Computerspiel direkt zu tun hat, aber in der Welt verankert ist. Ähm, ich glaube sogar, dass das, weil du es so schön sagst, dass der Grund ist, warum Max vs. Minions so genial ist, weil es halt nicht versucht, das Spiel umzusetzen, sondern einfach nur in dem Setting mit dem Flair und den ganzen bekannten Charakteren und Eigenschaften einfach ein eigenes Spiel ist. Weil, das ist halt bei Witcher so. Klar, ich meine, wenn du so eine große Kampagne in so einem Spiel spielst, im Computerspiel, dann kannst du da abspeichern und kannst sagen, okay, ich habe heute eine Stunde oder zwei gespielt, ich kann morgen weiterspielen oder nächste Woche. Das kannst du bei einem Brettspiel nicht machen. Aber du willst dieses Gefühl, dieser langen Kampagne in dem Brettspiel haben und dadurch dauern diese so ewig. Und Max vs. Minions sagt, du, das ist ein Arenaspiel, das sind wir hier aber gar nicht. Wir machen ein schönes, cooles, kooperatives Ding, wir machen was ganz anderes, aber jeder kennt die kleinen Minions, die hier rumläuten, jeder kennt diese Max, mit denen du spielst. Der Wiedererkennungswert ist da und dadurch funktioniert das Spiel ganz grandios hervorragend. Und das kann ich sogar genießen, ohne dass ich das Online-Spiel jemals gespielt habe. Das war, das, was ich eben meinte. Du bist halt, wenn du das Spiel umsetzen möchtest, bist du halt in dieses enge Korsett gefasst. Aber wenn du sagst, okay, du bist in der Welt dieses Computerspiels, dann ist es wahrscheinlich deutlich einfacher, zu sagen, okay, du machst halt ein gutes Spiel und schaust, wie das in diesen Kosmos reinpasst. Und dann stellt sich die Frage, was wäre gewesen, wenn die das bei Dark Souls zum Beispiel gemacht hätten, hätten es dann die Computerspieler das gut gefunden, das sich jetzt nur in diesem Kosmos bewegt, oder wollten, oder wollen Videospieler das haben als Brettspiel? Es gibt da noch Bloodborne, das ist eigentlich auch ein Souls-Spiel. Wie ist denn das eigentlich angekommen? War das jemand so? Kenn ich nicht. Das ist ein Eric Lang-Spiel. Ja, aber habe ich auch nicht gespielt. Also, ich glaube, bei Dark Souls wären die Leute enttäuscht gewesen, wenn es mit dem Computerspiel nichts zu tun gehabt hätte. Aber die Brettspieler wären vielleicht glücklich. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Spagat, der ist sehr schwer. Man müsste jetzt mal in Erfahrung bringen, was sagen tatsächlich die Computerspieler zu dem Spiel? Haben wir unter unseren Hörern welche, die uns diese Frage beantworten wollen? Oh, in der Frage ist ja schwer. Genau. Gibt es Leute, die jetzt sich Dark Souls, also gibt es Computerspieler oder Videospieler, die sich Dark Souls bestellt haben, aufgrund, weil es das Videospiel als Brettspielumsetzung darstellen soll und gefällt es ihnen? Das wäre jetzt echt mal so die Frage, weil den klassischen Brettspielern, die mit dem Videospiel nichts anfangen können, glaube ich, hat es zum Großteil nicht gefallen, was man so hört. Ja, weil wenn sie diese Verbindung zu dem Videospiel nicht haben und man stirbt halt andauernd. Genau. Es ist halt ein fremder Mechanismus, der erstmal irgendwie rübergebracht werden muss. Ja, aber die Frage ist jetzt, finden das die Videospieler, die sich jetzt darauf eingelassen haben und sagen, okay, ich fand Dark Souls, das Videospiel toll und hab mir jetzt das Brettspiel dazu gekauft, finden die das Spiel gut oder finden sie es nicht gut, so wie es jetzt geworden ist? Weil wenn das auch der Fall wäre, dass der Großteil der Leute sagt auch so, naja, es ist schon ein bisschen blöd oder öde oder zu lang oder was auch immer, weil dann wäre der Schuss ja nach hinten losgegangen. Also Dark Souls und Bloodborne haben bei Boardcam die gleiche Bewertung. mit 7.1. Was jetzt auch nicht ganz so schlecht ist. Nee. Das ist nicht so schlecht. Ja, das ist natürlich auch die Frage, inwieweit sind tatsächlich da verschiedene Erwartungen drauf gekommen? Wie weit, also Dark Souls hat natürlich auch wieder ohne Ende Miniaturen, wo Leute sagen, ja, ich muss das Spiel ja nicht spielen, ich finde die Miniaturen geil, ich bemale mir die, ich stelle mir die einfach nur auf den Schreibtisch. Das gibt es ja auch alles. Also das ist tatsächlich an dieser Stelle schwierig. Wie gesagt, wenn irgendwelche unserer Hörer da irgendwelche Erfahrungen haben, irgendwelche Meinungen haben, wir würden das total gerne hören. Schreibt uns in die Kommentare, das fänden wir super. Ja, also ich kenne einige der Monster. Ei, ei, ei. Gut, dann soll es das jetzt auch mit unserer Fragefolge für dieses Mal gewesen sein, denke ich. ich habe nur eine. Ich habe nur eine. Oha. Ja, ja, eine ganz kurze. Der Sven hat gefragt, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei. Also wir werden das jetzt im, Das hat der Bäcker auch gefragt, als beide in den Laden kamen und das letzte Brot kaufen wollten. Hä? Naja, das Huhn und das Ei kamen rein und sagten, wir wollen das Brot da haben, das ist das letzte und dann sagt der Bäcker, wer war denn von euch zuerst da? So, René, jetzt darfst du abmoderieren. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz des Singen des Niveaus. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, durch mit unserer Fragerunde. Wir freuen uns trotzdem über mehr Fragen, auch wenn wir noch einen ganzen Katalog von Fragen hier haben. Werden wir einfach. überlegen wir, die können wir kaum beantworten, weil wir sie entweder vielleicht schon beantwortet hatten, dann müssten wir vielleicht nochmal auf eine alte Folge zurückverweisen oder wo ich mir denke, kann man die überhaupt beantworten? Wie diese Huhn und Ei Frage. Ja. Also von da aus gehen, schickt uns weiter Fragen, schickt uns gerne auch Fragen, die einen konkreteren Bezug zu Brettspielen haben, wir freuen uns total. Genau, das könnt ihr entweder bei dem Gewinnspiel machen, was der Matthias regelmäßig macht, ihr könnt es auf Twitter machen, auf Facebook, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an, info at bretterwisser.de Genau. Ihr könnt es hier einfach in die Kommentare schreiben oder in die Kommentare zu einer anderen Folge, wo ihr einfach Rückfragen habt, vielleicht auch, die in einem größeren Kontext besprochen werden sollen. Also da sind wir über viele Kanäle erreichbar. Zur Not, sprecht uns auf irgendwelchen Events, Messen an, wenn ihr uns seht und sagt, hier, ich hätte eine Frage, nehmen wir auch auf. Und wenn ihr uns weiterhin oder wenn ihr uns auch unterstützen wollt noch, sind wir auch gerne bereit, Sterne auf iTunes zu erhalten oder auch gerne eine schriftliche Bewertung, was ihr von uns haltet, das hilft uns in der Verbreitung. Finanziell könnt ihr uns auf Patreon unterstützen, da wäre der Link dazu oder die Adresse patreon.com schrägstrich bretterwisser. Hervorragend. Da könnt ihr uns ein bisschen finanziell unterstützen, dass wir weiter unser Equipment ausbauen und die Kosten, die ihr sich Gott sei Dank im Rahmen halten, bezahlen können. Das war der Werbeblock. Ja und natürlich, erzählt ruhig anderen Leuten noch von uns. Freut uns auch freuen. Genau. We tweetet uns, teilt uns auf Facebook, auf Instagram sind wir auch vertreten. Überall. Wir sind einfach überall. Wir zecken uns überall rein. Überall. Sind wir auf Snapchat? Nee, oder? Nee, ich habe doch noch so eine Idee, aber da gucken wir gleich nochmal drüber. Alles klar. Dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020